Hier sind wir ja beim letzten Mal reingestolpert und dann habe ich gesagt, nee, das machen wir jetzt nicht mehr, das dauert zu lang. Also, das war zumindest so mein Gedanke. Das dauert zu lang. Okay, lass mal gucken, was hier geht. Das war der. Das war der. Das war der. Hier ist noch einer. Alter, das ist ein feindlicher, ob er ja. Ich dachte erst, das ist Öhrchen, aber wir benutzen ja Öhrchen gar nicht mehr. Wo bin ich denn jetzt? Ich bin irgendwo runtergefallen. Nein. Hauptsache, erst mal irgendwo runterfallen. Ich weiß ja gar nicht mehr, wie das Spiel geht. Keks mit Karamell. Einen wunderschönen guten Tag. Hallöchen. Hallo, Eifern. Ab 0 Uhr zocken heute Abend. Ja, das ist für mich nicht. Ich muss morgen früh um 5 Uhr wieder aufstehen. Arbeit und so. Hast du auch was von der Bahnhofswand gesehen? Nee. Ach, das von der Bahnhofswand? Nee, das habe ich nicht gesehen. Ich kaufe die Twitch-Kognacke. Die ist bei mir noch in der Waschmaschine. Ja, ich trage die. Die ist voll toll, sie ist nur zu groß. Wie immer. Aber das ist normal. Gott sei Dank habe ich spätigt. Hast du ein Glück. Hast du ein Glück. Als er ankam, warte. Schön. So ist es jetzt. Wuhu. Schön. Das ist, äh, schön. Bin ich denn jetzt hier verfucht? Noch eins. Was ist denn das hier? War doch gerade... Ich habe doch hier gerade einen Hebel gesehen. Hä? Willst du mich rollen? Ich habe doch... Keinen Hebel? Hm. Moin, Tarok! Doch kein Hebel? Ey, Licht wärmer. Voll gut. Kein Hebel. Und wie Sie sehen, sehen Sie keinen Hebel. Ich dachte, hier wäre einer. Okay, hier unten ist aber sonst nichts, ne? Ich hasse Amazon-Logistik. Ich besorge mir eine Packstation. So eine Zustellung Bonk bis 21 Uhr. So viel zu anhöten. Apropos, da erinnerst du mich daran, dass ich noch nachgucken wollte, wo denn unser verfluchter Repeater geblieben ist? Der sollte längst da sein, also wirklich längst, 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 längst. Hat der ist noch nicht bis hierher geschafft. Bauplan-Assassin-Handschuhe, alles klar. Läuft. Werkzeugkasten brauche ich, glaube ich, nicht. Da muss ich ja nicht jeden Scheiß mitschleppen hier. Das ist ja furchtbar. Ich glaube, jetzt packe ich das aber mal wieder weg. Ich weiß ja nicht, was einen hier so erwartet. Da ist ein Hebel. Der macht vermutlich diese Tür auf, hoffe ich. Ja. Sehr guter Hebel. Guter Hebel. Feiner Hebel. Ein braver. Irgendwie ist das mit dem Licht hier gerade ein bisschen irritierend. Was haben wir denn hier? Das will ich nicht. Das nehme ich, das nehme ich. Konterrang 3. Frostwind. Echo der Gefallenen. Tü, tü, tü. Tü, 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 tü. Gut, das war der Bereich hier unten. Jetzt nach oben, denke ich. Ach du Scheiße, geht das hoch? Was denn hier los? Montags gibt es ja nicht. Wie war die Twitch-Call? War gut. Hallo, Dev on the go. War gut. Twitch-Call war echt gut. War schön und Spaß. Also ich fand das Feeling halt so toll. Also jetzt mal ganz im Ernst. Das, also, das Ding war ausverkauft. Das darf man ja mal nicht vergessen. Das war ausverkauft. Da war Schluss. Es gab keinerlei Tickets mehr. Keine Chance an Tickets zu kommen. So. Und es war trotzdem angenehm. Du hattest halt wirklich Platz. Es war nicht so, dass du dich da gefühlt hast wie gequetscht, wie auf der Gamescom oder so. Sondern die haben das halt wirklich richtig gut geplant, sodass da einfach die Menschen noch atmen können. So. Und das fand ich, fand ich wirklich, wirklich gut. Das war richtig toll. Schönes Feeling. So muss das. Ist doch klar, dass es veranstaltet wurde aufkommt. Das war doch vorher schon ausverkauft. Da wusste noch niemand, dass da aufkommt. Hallo? Das war vorher schon ausgekauft, das Ding. Die Leute, also wirklich, das ist, das ist ja das, ähm... Erst dachte ich ja ein paar Tage noch vor der TwitchCon, dachte ich ja, ja, aber größtenteils deutsch ein Teil sein. Denkst du? Ich hab dann mal, ich hab dann mal den Hashtag so geguckt, so bei Twitter, was da so geht unter dem Hashtag. Ist doch halt alle Sprachen gelesen. Und das war halt auf der Messe auch nicht anders. Also es war wirklich, wirklich alle möglichen Menschen, alle Sprachen, alles vertreten. Wir haben ein, ein Italiener hat uns am Sonntag, ein italienischer Streamer hat uns am Sonntag das Taxi bezahlt. Das war ein lustiger Zufall, das kann ich dir mal kurz erzählen. In diesem Hotel haben wir dann gesagt, hier, können Sie uns mal noch, also können Sie mal den Taxi-Knopf drücken. Die haben nämlich da so einen Knopf, da drücken die nur, zack, Taxi, komm. Und da hat sie den Taxi-Knopf gedrückt und kurz danach kam Italiener runter. Der halt sich mit ihr auf Englisch unterhielt und dann auch fragte, ob sie ihm ein Taxi rufen könnte. Und ich hab halt gesehen, dass er das TwitchCon-Badge um den Hals hat. Und dann hab ich ihn angesprochen, hab gesagt, hier, du kannst auch gerne mit uns mitfahren, wir wollen auch da hin. Und dann ist er mitgefahren und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten während der Fahrt. Und zum Schluss sage ich dann, ich bezahle das Taxi. Und er sofort, no fucking way. Wirklich, so ganz trocken, no fucking way. Und dann hat er das Taxi bezahlt. Fand ich toll, ja. Und dann haben wir uns auf der Epic Games Party, gut, also die Unterhaltung war vielleicht ein bisschen grenzwertig, mit einer rumänischen Streamerin unterhalten. Die Unterhaltung war deswegen ein bisschen grenzwertig, weil sie ein bisschen zu viel getankt hatte. Sie war dann auch nicht mehr lange da. Aber das ist halt, das war das. Man hat wirklich mit Leuten aus ganz Europa gesprochen. Und das war halt toll. Ich hab mich auf der Epic Games Party, hab ich mich auch mit der Chefin der Agentur unterhalten, die diese Party für Epic Games gemacht hat. Die kommt aus, ursprünglich, glaube ich, aus Albanien, hat sie gesagt. Ich glaube, ursprünglich aus Albanien, wohnt aber jetzt in UK, also in London. Und ja, war krass. Das war, das ist halt echt krass. War schon echt gut. Kein Getränke, kein Stress, war toll, ja. Sowas ähnliches wie Verstand, könnte man meinen, Kältung. War wirklich entspannt, ja. Dass der Hoff nur 30 Minuten hatte, das lag mit Sicherheit nicht daran, dass, äh, ne. Das ist ja auch teuer, sowas. Hallo. Das ist der Hoff. Ja, also. Mehr Promozeit hat er halt nicht bekommen, genau. Für seine Tour und sein neues Album und den Film und so. Denn darum geht's doch auf Twitch. Ja. Mag keine Menschenmassen, also in der Sprache auch Wuschbrot. Na gut, das ist dann ja was anderes. Wenn man grundsätzlich keine Menschenmassen mag, mag übrigens Sandu auch nicht. Geht trotzdem. Eti919. Wann kommt denn bei dir Twitch Things Never? SDT, einen wunderschönen guten Tag. Okay. Das heißt, I've been looking for freedom. Onkel. What the fuck? Du als der Hoff-Fan musst das doch wissen. I've been looking for freedom. Wie sie ihm halt einfach das Mikro abgedreht haben. Oh, Anus. Ich mein' so schön. Äh. Ach ja. Erwischt. Wo sind jetzt die scheiß Wölfe? Alles hätte ich nicht tun sollen. Nein, falsch. Falsche Taste. Könntest du bitte... Danke. So. Ich mag nur seine Filme. Ach so. Ach, na dann. Trotzdem, das Lied, was unsere Mauer zerstört hat, muss man doch kennen. Gamescom würde das auch ganz gut tun. Weniger Tickets, mehr Qualität und Platz für die Gäste. Tja. Tja, aber solange das Wachstum noch da ist, die Nachfrage noch da ist und das funktioniert, wird sich daran nichts ändern. Raubblut. Olli, Hallöchen. Eine Fortsetzung von Knight Rider angekündigt hat. Ja, hat er. Hat er. Der Saal tobte. Hat er gemacht. Saal tobte. Hallo, Bambi. Mit dem Lied zum Einsturz gebracht. Ja, genau. Ja. Hallo, Skorpion. So. War das hier in der Ecke wirklich alles? Weil der Weg geht ja noch viel weiter. Der Weg geht noch voll viel weiter. Aber ich sehe halt auf der Map nichts mehr. Das heißt aber nicht, dass hier nichts ist. Oh, jetzt sehe ich auf der Map wieder was. Guck, ne Höhle. Siehste? Fortsetzung gibt, war schon bekannt. Kann ja auf einen neuen Monitor schauen. Ja, Sandro meinte auch, er hätte das schon gelesen. Er hätte das schon irgendwo online gesehen. Weil ich dachte mir dann so, das haut ja doch nicht einfach auf der TwitchCon raus. Ja, das konnte ich mir auch nicht vorstellen. Kit als Rentnerfahrdienst. Ja, er hat da so ein bisschen eine Szene zitiert. Nicht eine Szene, aber er hat halt ein paar Sätze mit Kit, die dann in diesem neuen Teil irgendwie vorkommen, zitiert. Und das war schon ganz lustig. So, alle Autos reden jetzt mit dir. Das ist nichts, nichts beeindruckendes mehr. Drei, vier Leute schreckhaft aufgewacht sind. Och, komm schon, Hinden. Doch, doch, doch. Doch, also da haben schon, da haben die Leute schon gegrölt. Ja? Da haben die Leute gegrölt. Kannst du sagen, was du willst? Es gab so ein paar andere Stellen, wo er sich halt, glaube ich, ultra lustig fand und andere, also die anderen irgendwie nicht so. Da hat er wirklich, da hat er irgendeinen absolut schlechten Witz gerissen. Er hat irgendwas gesagt, was er halt einfach, ja, so, boah, kann man mal drüber schmunzeln. Und er dann so, ich weiß auch nicht, ob ihr mich versteht, aber ihr habt ja so Übersetzer-Dinger. Ich dachte mir so, doch, doch, wir verstehen dich alle. Alles gut. Ach, äh, äh. Ach, äh. Neu-Sea mit Einzelfahrzeug, hättest du ihm, hättest du ihm einen Burger anbieten sollen? Ja, es gab keinen Burger. Ich hab zumindest keinen gesehen. Vielleicht hinter der Bühne. Man weiß es nicht. Wieso sind denn hier so viele Bienen? Ach so, deswegen war der Bär hier. Warte, dann muss hier aber eigentlich auch irgendwo Honig sein. Kommst du jetzt her? Die anderen hängen doch im Fels. Oh. Mietzetatze. Tote Mietzetatze. Ach, das Vogel gezwitschert ist gerade schon echt sehr, sehr entspannend. Wenn ich das mal so sagen darf. Das kannst du von oben sehen hier. Macht sich etwas besser. Draußen zu halten und du sammelst die mit der Hand ein. Hast du wenigstens den 10 Euro Essensgutschein von Twitch Prime genutzt? Ne, tatsächlich nicht. Also es war ja nicht nur Essensgutschein, sondern du konntest den auch in der Loot Cave benutzen. Praktischerweise, als wir in der Loot Cave waren, war da auch gerade Fall Ballar drin und die hat halt nichts gefunden. Und dann hat sie uns ihren 10 Euro Gutschein gegeben, damit er nicht verfällt. Das war, also, ne, dass den halt jemand nutzt. Das war voll toll. Das war voll korrekt. Von, von Ballar. Und da hab ich dann beim, in der Loot Cave gespart. Das war toll. Dann den Honig, dann stirbt die Natur, wenn sie alle Bienen weggelooten hat. Ja, ich bin schuld übrigens. Das wissen wir ja alle. Hast du ja jetzt einen Outfall-Moment? Ja, hab ich. Ähm. Er hat die Kurve ja bekommen. Ja, eben. Ne? Kurve bekommen. War ein Film und eine neue Nightrider-Serie. Nadenlos, Ruti, danke für den Hosaku. Juppei. Danke für den Recept. Danke für 31 Monate. Auch dein Klo wird jetzt endlich angeschlossen. Und bekommt eine Spülung. Ich hoffe, du hast 10 Monate ohne Spülung irgendwie geschafft. Danke, Saku. Hier oben in der Ecke war nix, ne? Boah, puh. Holy moly. Was war das Falsche? Das ist aber jetzt schlecht. Ich glaube, die kommen hier nicht hoch. Okay, das ist natürlich jetzt, äh, blöd, ne? So links, rechts, links, rechts. Ah. Etwas Blutglück gehabt auf der Kon... Ja, ja, ich hab mir, ich hab mir hier den... Total sexy, äh, Jacka hab ich mir geholt. Dann hab ich mir noch so einen lilanen, also dunkel lila. Das ist ja eher Bordeaux, ne? So einen Bordeaux-farbenen Pulli hab ich mir noch geholt. Ähm, dann haben wir noch von New World zwei, zwei, zwei Hoodies abgegriffen. For free. Und, äh, naja, das, 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 das Swag-Ding hat ja sowieso jeder bekommen. Ähm, einen Twitch-Rucksack gab's noch. Den. Was gab's denn noch so? Hey, hallo? Nie. Ihr wisst gar nicht, wo ich bin. Ähm, boah, ich weiß nicht, was noch. Bin grad ein bisschen... Ich glaub noch mehr. Ich glaub, es gab noch mehr Star. Dabei könntest du meine große, äh, Schwester sein. Ja. Das machen die kurzen Haare und, äh... Und mein, äh, sehr, sehr junges Äußeres. Das ist für die meisten irritierend. Boah. Das find ich jetzt aber nicht nett. Meine Stimme. Genau, weil, äh, jeder... 14-Jährige bestimmt so ne Stimme hat. Genau. Ich glaub's auch. So. Du persönlich findest ich sie ja aus wie 43. Nun, Jackson. Dann siehst du vermutlich, äh, mit 20 noch aus wie ein Ebi. Wahrscheinlich. Oder die Menschen in deiner Umgebung. Dass das dann so zu dem Gefühl kommt. Es heißt Violette Bordeaux. Ist doch super dunkles... Wie noch... Naja, es ist... Ja, ich weiß nicht so richtig. Kann die... Ich kann die Farbe dieses Pullis nicht so recht beschreiben. Ach, vielleicht muss ich ihn auch einfach mal im Hellen sehen. Ich hab ihn noch nicht ausgepackt. Mörter, Hallöchen. Das fröhliche Junge in deiner Stimme macht das aus. Ach so. Ja, doch, ich glaub, auch gut gelaunte Menschen wirken automatisch jünger. Doch, doch, ich glaub, da ist was dran. So, was haben wir denn hier noch? Silberstahlbogen, den können wir doch mitnehmen, oder? Ich glaub, den können wir mitnehmen. Rabbit Bear, einen wunderschönen guten Morgen. Hi. Kleider immer zuerst im Tageslicht probieren. Das Schöne ist, ich bin dann ja immer so, wenn so Sachen... Zum Beispiel hier diese Jacke jetzt, ja. Das wird keine Jacke, die ich auf Arbeit anziehen kann. Aus dem ganz einfachen Grund, dass die halt so groß ist. Aber ich werd sie zu Hause tragen können. Oder in meiner Freizeit oder so. Und das reicht mir dann schon. Das ist dann schon absolut in Ordnung. So, für mich. Na, ist halt immer so. Es ist halt meist einfach zu groß. Also so unisex-esgrössig. Toll. Ist mir der Loot wieder in den Boden gebackt. Ich freue mich. Wie schön. Ist hier drüben noch irgendwas? Nein. Nein. Natürlich nicht. Hier ist sogar noch ein Leuchtturm. Hm. Wo bist du denn du hier? Hm, hm, hm. So, wo sind wir denn jetzt? Na toll. Hallo? Könntest du? Danke. Robbers. Jetzt ist es wie er genau in dem Moment in dem Boden verkrabbelt. Mondsüchtig. Vielen lieben Dank für den Raid. Einen wunderschönen guten Tag. Kein Problem. Hier ist eine Schaufel im Fass. Wenn das noch klappen würde. Hier ist mein Loot ausschaufeln könnte. Das wär schön. Das hätte ganz doll viel Schönes. War hier noch irgendwas? Hallo Schlappen. Moin moin. Einen wunderschönen guten Tag gewünscht. Was gab's denn bei Mondsüchtig? Irgendwas mit dem Pony passiert. Böse Zungen würden sagen, äh, wer der Junge da ist. Lustig. Memphis, einen wunderschönen guten Tag. Hallöchen. Äh, ich war beim Friseur am Freitag. Hab wieder kurz schneiden lassen, damit ich wieder zwei Wochen oder so, äh, Luft habe, bis mir die Haare wieder auf den Sack gehen. Conan gab's. Ah. Wo kann das? Einen wunderschönen guten Tag. Danke für die Info. Conan. Das haben wir auch lange nicht gespielt, ne? Lang, lang, lang ist's her. Sind das... Das sind... Menschen, oder? Jo. Also jetzt tote Menschen, aber Menschen. In den Lauf geschossen. Wow. Ihr seid aber schnell da. Schön. Schön. Boah, da sind ja zwei Bogenschützen. Huh. Das warst du? Wo ist denn der... Ich seh den ja nicht mal. Hallo? Ach da. Ruhe. Hackts. Oh. Nein. Gerade W.O.W. und Pizza Hawaii ohne Raub. Wie, Pizza Hawaii? Schlappen, wieso? Nein. Die... Die... Memphis, ja. Leben und Veränderung und so. Das ist ein krasser Shit. So. Wo hab ich das? Auf der 3, glaub ich. Spritz. Ananas und Pizza ist mega gut. Nein. Es ist nicht... Nein, es ist... Es ist einfach falsch. Ja. Furchtbar falsch. Ein gescheiter Grund, nix Sinnvolles zu tun. Nein, Injective. Mach mal, dass Dienstag ist. Das Warten killt mich. Anu. Ja, verstehe ich. Das Problem ist, ich muss ja... Ich muss morgen wieder arbeiten. Das killt mich. Ja. Wie schön wäre es dann einfach, Anu zu suchten. Was macht sie da mit den Leichen? Ich entziehe ihnen ihre restliche Lebensenergie, um mich zu heilen. Hm? Die, 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 die... Zwei Wochen Urlaub. Bin ich vorbereitet. Oh, sehr gut. Sehr gut. Hast du gut gemacht. Hm. Was soll daran falsch sein? An, äh, Ananas auf Pizza? Na, die Ananas. Ananas so? Ja, mit Eis oder so. Oder einfach nur Ananas. Absolut in Ordnung. Alles cool und so. Aber doch nicht auf Pizza. Das ist einfach nicht richtig. Kein Italiener hätte das jemals gewollt. Bitte was? Na ja, die restliche. Die restliche. Die sind ja gerade erst gestorben, Mann. Hallo. Jetzt sei doch mal nicht so, als ob da nicht noch Energie in dem Körper wäre. Hallo. Nur weil da keine Gehirnaktivität mehr drin ist. Da war ein bisschen mit. Herzbacke, moin, moin, hallöchen. Ähm, die, 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 die. Morgen früh schieße ich dafür, aber halt nur eine Dreitagewoche. Ja, Gott sei Dank. Hm, hm, hm. Bacon und Schokolade passen nicht. Bacon und Schokolade passen nicht. Heute Abend um zwölf los oder erst morgen irgendwann im Laufenden? Null Uhr wohl. Trick. Was ich erfahren habe. Und hallöchen. Null Uhr geht's wohl los. Hm. Restwärme. Genau. Egal. Einen wunderschönen guten Tag. Stück Hochzeitstorte. König Lüsten und die Bauernmarkt. Die Wotia. Das haben wir schon gelesen. Wir kennen das. Ich hab das schon vorgelesen. Das lesen wir jetzt nicht nochmal vor. Was? Nicht in diese Uhrzeit. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Was? Für Hawaii. Für Pizza Hawaii. Memphis, das wird nicht passieren. Aber danke für die Unterstützung. Und Janky, danke für den Follow. Dankeschön. Memphis. Danke, danke. Guten Morgen, der Sanitüte. So, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir alles mit. Danke. Ist da noch irgendwas? Nö. Das ist schwer. Will ich nicht. Das ist mir zu schwer. Das ist mir zu schwer. Da braucht es da noch was drin. Achso. Ich hab doch gerade schon wieder Wölfe gehört. Ich würde aber gerne erstmal in die Höhle da. Dann halt Lasagne. Ja, Lasagne ist gut. Es gibt halt Lasagne. Lasagne mit Ananas. Rote Fuck. Nein. Macht mir meine Lasagne nicht kaputt. Hä? Hä? So, ist hier noch irgendwas? Rotrum? Ja, da hinten ist dann noch einiges. Aber da gehen wir später hin. Erst mal hier diese Höhle. Was haben wir denn hier? Piratengrotte. Hast du schon mal Bacon und Schoki gegessen? Ne, aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das passt. Mundsüchtig, Hallöchen. Ich muss zugeben, dass ich mir vorstellen könnte, dass das passt. Also auch Bacon so mit so einer süß-saure, also süßen Soße passt ja eigentlich auch ganz gut mit so einer Barbecue-Soße oder so. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Bacon mit Honig geht immer. Ja, eben. Deswegen sag ich ja, ne? Also, das passt bestimmt ganz gut. Hallo, Mundsüchtig. Danke nochmal für den Raid. Danke, danke. Ich hoffe, ihr hattet einen tollen Conan-Stream. Ist der Browser samt Twitch abgestürzt. Frechheit. Böser Browser. Bacon mit Schoki? Das kann ich mir vorstellen. Das passt ja. Aber hier kann man ja unmöglich passen. Nee, das ist eklig. Was ist das? Ich habe schon Hawaii-Toast immer gehasst. Das ist widerlich. Abartig ist das. Oh, du. Das ist eine scharfe Spitzhacke. Ist hier sonst noch irgendwas? Nee, da ist Hängemoos. Hängt hier noch rum. Also passt auch Pizza mit Andernes. Nein. Definitiv nicht. Nein. Süßes gehört nicht auf eine Pizza bei mir. Genau. Süßes gehört auf einen Crepe. Ja. Auf einem Crepe ist es geil. Moment mal. Da ist ja noch einer. Huch. Huch. Doch, doch. Das kann schon sein. Oh, warte. Der ist gleich aufgebraucht. Ach ja. Südfrüchte hin und sie meckern auch wieder nur. Hat sich nichts geändert. Menschliches Herz. Danke. Blauer Quarz. Oh, drei ist aber... Das ist aber... Das ist ja... Na gut. Tot. Tot. Oh, das sind vier. Stell ich grad... Fest. Tot. 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 Töten die hier ihre eigenen Leute? Ist ja auch ein bisschen grenzwertig. Browser-Cache reinigen. Vielleicht hilft das. Ja, vielleicht. Nein, sehen die nicht. Memphis. Ich bin super unsichtbar. Nee, ich schleiche echt auf Max. Also jetzt mal im Ernst. Grimbear. Moin. Hallöchen. Also über so Realismus im Spielen debattieren wir nicht. Memphis. Du weißt wieso. Das ist einfach nicht sinnig. Ja. 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 Leuchtebogen. Hallo Mock Mock. Also ich geh einfach mal davon aus, dass Mock da ist. Hallo Mocker. Sind die doof? Ja. Beschworenes Eis elementars in Ordnung. Aber Leuchtebogen. Junge. Mann. Hi Mock Mock. Alles gut bei dir? 40k im WoW ausgegeben, um Item herzustellen. Ja, nice. Das ist ja 40k, ist doch nichts mehr im WoW, oder? 40.000, ist das noch so viel? Alles super. Das freut mich. Bei mir ist auch alles gut. Alles super. Zwei Montag nach der Switchcon Freiheit kann nur alles gut sein, weißt du? Das ist halt. Das ist schon toll. Für einen, der neun Wochen spielt, ja. Ja, okay, gut, ja. Ja, das verstehe ich, ja. Es ist auch nicht wenig Gold. Okay. Gut, ich weiß nicht. Meine WoW-Zeiten sind ja jetzt dann doch schon eine Weile vorbei. Und, ja, deswegen konnte ich jetzt nicht einschätzen. Früher waren ja so ein paar Tausend jetzt auch nicht mehr so viel. Zumindest, wenn man regelmäßig gespielt hätte, war das dann nicht mehr so die Menge. Wie viel Content hat Enderal eigentlich? Das kommt drauf an, was du alles machen willst. Wenn du die, also wenn du wirklich alles, alles machen willst. Alles. Jede Quest, ähm, also wir können ja mal hier durch die Quests gucken, ne? Ich hab nicht mehr allzu viele Quests offen. Das geht dann eigentlich verhältnismäßig schnell, was ich jetzt noch offen hab. Schätze ich. Ähm, aber alles, was hier grau ist, sind Quests, die ich schon abgeschlossen hab. Und da sind in sich Quests. Also das ist, das ist jetzt nicht so, dass eine Quest hier, hole das und bring's mir wieder. Sondern da sind halt mehrere Sachen immer drin. Ne? Und wenn ich hier dann mal so vorsichtig durchscrolle durch die Liste, kann man so ungefähr abschätzen, wie viel Content Enderal hat. Ähm, wenn man wirklich alles, alles, alles sehen will, so zwei, dreihundert Stunden ungefähr. 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 Es kommt halt drauf an, wie schnell man spielt, ob man's halt im Stream macht und, ja. Ist halt auch eine große Map mit viel, viel zu entdecken, ne? Also wenn man sich das mal hier so anguckt, wir sind hier gerade. Ja, und ich hab längst noch nicht alles aufgedeckt. Man weiß ja nicht, wo hier noch was ist. Also wenn man jetzt hier, haben wir ja draußen schon gesehen, dass hier noch Minimum zwei Punkte sind, die ich noch nicht gesehen hab. Hier hinten war ich zum Beispiel noch gar nicht, da fehlt mir eigentlich noch unfassbar viel. Naja. Und auch so da, wo ich schon war, hab ich längst nicht alles gesehen. Ja. Also es ist schon sehr, 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 sehr groß. Sehr viel Content. Kann man eine ganze Weile, kann man eine ganze, ganze Weile spielen. Wie hat mir die TwitchCon gefallen? Fettoni, sie war echt toll. Die war wirklich toll. Es war sehr entspannt, trotz der Tatsache, dass es ausverkauft war, hatte man genügend Platz. Ähm. Man hat sehr, also man konnte definitiv mit unfassbar vielen Leuten sprechen. Auch mal mit Leuten aus, aus anderen Ländern einfach. Also mit Streamern aus anderen Ländern. Auch wenn man da, wenn man da Interesse dran hat, um zu erfahren, wie denn das da so ist und so. Full-Time, Full-Time-Streamer in Rumänien bedeutet, du brauchst 80 durchschnittliche Zuschauer. Äh, und so 200 Zapps. Full-Time-Streamer in Rumänien, bisschen safe. Mit zwei Leuten. Kannst du zwei Leute von versorgen. Easy. Ja. Ich auch ein bisschen, äh, bisschen, tatsche ich mir so gut. Alles klar. Kannst du mal. Aber ja, es ist halt Rumänien, ne? Oh. Hi. Heiner. Ja, ne, sonst. Ich hab ja die, die, die Twitch-Partner-Party hab ich ja nicht mitgenommen. Ich war ja am Freitag noch nicht da. Ich war ja erst Samstag da. Ähm, Wetter war scheiße. Aber da kann ja die Twitch-Con nix für. Ähm. Und sonst war's gut. Du konntest halt echt schön mit Leuten quatschen und so. Epic Games Party Samstagabend war fantastisch. Die war richtig gut. Die war richtig, richtig toll. Ja. Twitch-Con war mega. Ne, war echt gut. Kann man definitiv nochmal mitnehmen. Frau einkaufen. Sie sind einiges Leuten noch für Samstag bedanken. Ich wünsche euch beiden einen fantastischen Tag. Terry. Bye, bye. 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 Hm, hm, hm. Hab mir gerade endlich Twitch-Turbo gegönnt. Endlich Ruhe. Ich bin auch schon am Überlegen. Ich muss, ich muss ganz ehrlich gesehnen. Ich bin schon so ein bisschen. Aber ich find das halt so arschig, ne. Ich hab Twitch-Prime. Ich bin hier Partner bei der Veranstaltung, ja. Oh. Und soll mir halt jetzt Twitch-Turbo holen. Nur damit ich keine Werbung mehr krieg. Das ist doch irgendwie... Ist das doch arschig. Was ist hier? Hat das hier ne Bewandtnis? Falltür. Will man das denn? Ich hab ja gespeichert. Was soll schon passieren? Ha. Ne Kiste. Gut. Ist ja okay für mich. Darf ich hier jetzt wieder raus, danke. Hat ja noch immer genug Vorteile. Ja, aber Turbo halt nicht. Das ist halt das. Hab mir auch Turbo angetan. Sie haben mich mürbe gekriegt. Wie viel kostet Turbo gleich nochmal? Und ich mein, was hat man denn... Man hat doch sonst keine Vorteile. Oder? Es ist doch eigentlich nur, damit ich keine Werbung krieg. 8,99 im Monat. Reden wir hier von einem Monatspreis? Wir reden hier von einem Monatspreis, oder? Yo. Ja, ne? Nice. Achso. Alter, was ist das denn? Na, also. Ruhe. Oh. Das ist hier der Schöwe. Schöwe tot. Gut. Frag mal ins Viewer. Wir kriegen die Kack-Werbung jedes Mal, wenn wir Refreshen, neuen Channel laden. Das kriegen wir auch. Injective, ich bin auf anderen Kanälen halt auch ein Viewer. Hallo? Adblock regelt auch. Das muss aber jeder für sich... Ja, das ist halt... Das ist das, was ich so ein bisschen... Ich will halt eigentlich keinen Adblocker benutzen. Ich will's halt eigentlich einfach nicht. Ihr macht das seltener. Wenn du streamst, wechselst du ja nicht nie. Ich mach das jetzt insoweit seltener, dass ich wirklich nicht mehr durch andere Kanäle zappe. Ich hab früher viel, viel häufiger, vor allem freitags, wenn ich frei hatte, hab ich halt auf Twitch rumgeguckt. Ich hab halt wirklich rumgeguckt. Ich hab alle möglichen Kanäle mir irgendwie angeguckt, um zu schauen, was es vielleicht so für tolle neue Streamer gibt, die halt einfach noch unterm Radar laufen. Aber das kannst du halt... Da hast du halt keinen Bock drauf. Du schaltest den Kanal, guckst dir erstmal Werbung an. Ja, nee. So. Ich seppe jetzt die Scheiße raus aus Twitch. Ja. Also ich glaub nicht. Zum Zappen? Jetzt mehr wieder Turbo zulegen. Amazon Werbung nicht raus? Doch, es gibt Adblocker, die das können auf Twitch. Werde jetzt die Namen nicht nennen, so. Da kann man dann andere fragen oder kriegt's per Whisper gesagt oder so. Aber es gibt da schon Adblocker, die gehen. Aber ich hatte noch nie einen Adblocker in meinem Leben. Ich will eigentlich auch keinen, weil auf den Seiten, wo ich unterwegs bin, also so Twitch und so, ich gönn's den Leuten ja. Also ich, ne, ich versteh's ja auch. Ich versteh's auch für die Plattform. Aber wie sie's gemacht haben, find ich halt kacke. So, das find ich halt einfach kacki. Wieso kann denn das nicht, dass ich wenigstens erstmal fünf Minuten in den Kanal gucken kann. Und dann krieg ich Werbung. Oder so. Das wär für mich in Ordnung. Aber dass ich wenigstens, dass ich zappen kann. Dass ich mir einen Eindruck verschaffen kann. Speziellen Seiten ist die Werbung echt heftig. Ja, das stimmt. Auf speziellen Seiten. Vernünftige, ja, die Lautstärke ist extrem. Immer wenn ich auf einen neuen Kanal gehe, sofort Lautstärke runter, damit die Werbung durchlaufen kann. Und dann wieder hoch. Ich störe die Werbung nicht, da bin ich relativ schmerzfrei. Doch, die stört mich. Also beim Zappen stört's mich echt. Zappen zwischen den Werbungen. Ja, nice. Ja, eben. Genau das ist mein Problem. Blutiger Schädel. Äh, den Dude hatte ich gelootet, ne? Den, den, den Chef hier. Poldrin. Bin jetzt gleich als erstes ausgezogen, ne? Ja. Alles klar. Ein und dieselbe Werbung. Ne, ich hab heute neue Werbung gesehen. Ich hab, äh, ich hab heute neue Werbung gesehen. Ich war ganz fasziniert von irgendeinem Parfüm. Keine Ahnung. Läge ich nicht mehr sagen, welche. Das ist das Problem mit Werbung. Sie geht an mir vorbei. Spurlos. Spurlos. Hm. Abo mittlerweile mit Amazon Pay bezahlen. Aha. Produkte, Dienste, die dort angeboten werden, sind auch oft sehr ominös. Wird, der wird nicht größer. Ich rieche Betrug. Nur Amazon Werbung. Hallo Nemo Book. Neue Werbung gesehen bei Twitch. Ja, naja. Da muss ich halt auch erst, ne? Die müssen ja auch Werbepartner finden. Die da Bock drauf haben. Das ist ja nun jetzt nicht so normal, ne? Höh. Höh. Hallo? Ich kann hier nicht drüber, oder was? Was ist denn das? Was ist das hier? Ah, das ist ja ganz toll. Hm. Dann nicht. Dann halt nicht. Vielleicht. Vielleicht hier? Hä, hä, hä. Nö. Gut. Ich husch davon. Mocker, ich wünsche dir einen fantastischen Tag. Habe einen schönen Montag. Baba. Vikings-Vorschauern als Werbung. Egal, bei wem ich schaue. Nee. Nee, wie gesagt. Ich habe heute mal eine Höhe gesehen. Vorher hatte ich immer dieses hier mit Party-Licht. Mh, 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 mh. Das hatte ich vorher immer. Mh, 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 mh. Oh, da oben hängen ja zwei, die habe ich gar nicht für voll genommen. So, was geht denn hier drüben noch? Waren da hier, sind wir doch nicht bis ganz rüber gelaufen, oder? Meine. Meine. Wegestreuen Dolch. Schön, dass ich jetzt so viele Wegestreuen Dolche finde. Jetzt, wo ich sie nicht mehr brauche. Danke, Game. So, das war dann auch das hier. Oh, da war übrigens eine Falle. Immer am Meckern. Nur ein bisschen. Nur so ein ganz klein wenig. Nn, 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 nn. Und raus. Seit Monaten. Ich fliege nicht in den Emen. Ich bin Analyst. Wiss. Oh, warum ist das jetzt dunkel? Das finde ich nicht gut. Ist hier zufällig irgendwo ein Lager, wo ich pennen kann? Können wir rauf auf dem TV oder Chromecast? Keine Werbung. Na, auf dem TV ist sowieso ein bisschen was anderes. Das mag sein. Ah, hier, perfekt. EZ. Da ist ja eh bisschen was anderes. Aber da hat man halt auch nicht so den Chat und so. Ich sitze halt lieber am Rechner, wenn ich ernsthaft Twitch gucke. So mit Commentary und so. Fangen wir eigentlich, wenn man nichts zu meckern hätte. Echt, ey. Wäsche hängt, Zeit für ein Pudding. Oh, lass dir schmecken. Hm. So. Ein frischer Morgen ist ein guter Morgen. Irgendwo sind hier Wölfe. Ernsthaft, Twitch gucken? Guckst du auch, ey? Was? Guckst du witzig auch? Nee, aber wenn ich, also bei mir kommt es ja drauf an, was ich machen will. Auf Twitch. Also ob ich wirklich gucken will und eventuell auch schreiben will, dann mache ich das am Rechner. Und wenn ich, äh, rumchillen will, dann mache ich das auch auf dem TV oder so. Das ist halt, davon ist das halt immer so ein bisschen abhängig. Ritz. Nö. So, was haben wir denn hier jetzt? Warte, da ist noch etwas Wacholder. Den nehmen wir doch noch mit. Irgendwas sieht mich. Oh. Wow. Hi, Dude. Der war aber schnell tot. Ja gut, so ein Magier hat halt nicht viel, viel Schutz tatsächlich. Moin, Destro. Moin, sind Wiesentroll. Der war weg. Da ist aber noch jemand. Der war nicht allein. Er war auch nicht allein. Oh. Oh, da bist du nicht. Wow. Wow. Uh, 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 uh. Mutti! Magier. Viele. Viele Magier. Fabi! Fabi! Hallo, Fabi. Au. Alter, Dude. Puh. Lass das. Hör auf. Aua. Nein. Mutti. Jetzt ist Aua-Aua wieder. Hallo? Wo ist denn... Jetzt ist mein Loot wieder weg. Jetzt ist mein Loot verschwindet. Puh. Holy moly. Magier sind halt immer so eine Sache, ne? Die machen halt doch ganz schön Aua, die Dudes. Puh. Wir haben uns nur einmal gesehen. Ich weiß, ich habe einige nur einmal gesehen. Und nur so ganz kurz. Dich, Ja, Riva, äh, den Max. Ich habe einige wirklich nur so ganz kurz, einmal schnell knuddeln und das war's. Das ist immer etwas blöd. Aber fandst du es denn toll? Fabi, wie war denn so die Twitch-Con für dich? Raus zur Arbeit, man hört und stört sich. Galaxy, man, ich wünsche dir eine fantastische Schicht. Zeit kam, dass ständig jetzt, äh... Iva Björn, willkommen zu Hause. Ganz klar. Die, die, die. Honig. Oh. Bye, bye, Wokanos. Einen fantastischen Montag wünsche ich dir. Baba. Untote vertreiben Rang 2. Lebensabsorption. Lebensabsorption. Nehmen wir auch mit. So, jetzt gucken wir erstmal, dass wir hier so ein bisschen Stuff aus unserem Inventar entfernen. Wir können auch mal so ein Brot essen. Oder so ein Eintopf. Lass uns mal so ein Eintopf essen. Äh, hier. So. Das ist mal alles weg. Weg, 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 weg. Wie, 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 weg. Oh, da ist sogar noch eine Kiste hinterm Haus. Tja. Da haben sie doch echt gedacht, die könnten sie von mir verstecken. Ha. Da haben sie aber, äh, ne? Nicht mit mir gerechnet. Ich habe Bären gehört. Da. Das ist, das sage ich doch. Das sind so die, es gibt so Momente. Ja. Genau in dem Moment bleibt er halt stehen. Yay. Eine Didi-Hallafrorden-Imitation? Das war, hä? Nein, das sollte überhaupt keine Imitation von irgendjemandem sein. Ich fand's super, nur viel zu kurz. Das stimmt, das ist es aber immer. Ja, viel zu planlos. Ich war aber auch planlos. Also, ich hatte nur Sonntag dann einigermaßen irgendwie einen Plan. Ähm, und das war dann halt, äh, 13 Uhr Plankenschnack. Und, äh, dann De Hoff. Und das war's so. Das war halt, das war halt so der Plan. Dann am Sonntag. Aber sonst? Ich hatte Samstag einen Termin. Da haben wir uns New World angeschaut und das ist also so ein bisschen. Und das war's. Sonst war ich halt auch super planlos. Hi, Berinis. Nicht zulassen, dass eine Kiste ungeöffnet bleibt. Echt, eh. Geht gar nicht. Ähm, Mednev und Alika. Danke für die Vorlust. Danke schon. Acker. Ist da was drin? Leuchtturm von Brandenfels. Alles klar. Eisbogen plus 10. Ne, das ist, äh, der beschworene Bogen an 4, glaube ich. Also ich bin, man muss dazu sagen, ich bin, ich bin hier echt schon High Level. Ja? Stufe 55, Fernkampf auf Max, Schleichen auf Max und Entropie auf Maximum. Ne? Also für diejenigen, die irgendwie gerade vielleicht das Gefühl haben, dass ich jetzt so leicht durchkomme. Ähm, das ist wirklich, ich bin schon ein bisschen drüber. Ne, gern, Hallöchen. und Hi, Madna. Hallöchen. Ne, wir sind dann tatsächlich, also erstens saßen wir von, äh, ungefähr Halb 1 bis Dreiviertel 3, Halb 3, in, in diesem, im Twitch-Fiat. Und dann wollte ich halt einfach nur noch raus. Und wir sind dann auch gegangen. Also wir sind dann auch, ähm, wir haben dann noch eine Abschiedsrunde gemacht und dann sind wir nach Hause gefahren. Ich war auch platt, ich war so fertig. Das Wetter hat mich halt übelfertig gemacht. Und da haben wir das, äh, nicht noch gesehen. Aber das ist ja tatsächlich das Schöne, man kann sich ja alles nochmal online angucken, was man verpasst hat. Alles, was man so eventuell, ne? Kannst du mal kurz ein Stück zur Seite gehen? Da liegt noch Zeug, danke. Notiz. Wir sollten unseren Standpunkt bedenken, seitdem die Küste von Piraten als Versteck genutzt wird, die von hier aus sicher die nördliche Küste von Enderal umschiffen können, schicken die Stahlkrabben vermehrt Expeditionsschiffe in die Gegend. Im ungünstigsten Fall werden sie denken, dass wir mit den Piraten unter einer Decke stecken, wenn sie uns finden. So, Buch 2 der Namenlose, das kennen wir schon. Was haben wir hier? Augen des Nordens. Die haben wir noch nie vorher gefunden, oder? Ja. Wo sind sie denn? Da. Das ist also das Kopfteil vom Set des Nordens. Ja, nett. Ich glaube, das hatte ich tatsächlich noch nicht. Wasseratmung, Mentalist. das war dann auch schon der Leuchtturm. Da hinten ist noch ein Häuschen. Ein Häuschen. Moin Marders. Hallöchen. Vormittag am Stream. Ja, ich habe frei heute. Ich habe frei heute. Deswegen kann ich jetzt streamen. Das ist voll toll. Voll toll. Ich hätte auch echt Bock zu zocken. Ich hätte auch gestern Abend Bock zu zocken gehabt, aber ich war müde. Ich war müde und platt und hatte Kopfschmerzen. Hatte ich gestern Abend dann glaube ich nicht mehr. Äh, ich hatte gestern Nee, vorgestern. Samstag hatte ich richtig fies Kopfschmerzen. Samstag war gemein. Äh, erster Hoch? Ja, ne? Erster Hoch, glaube ich. Wir gucken erst mal nach da oben. Gönnen, was es da so gibt. Oh. Wölfe. Again. Der Goldenforst ist halt echt voll mit Wölfen. Die sind hier halt einfach überall. Und die sieht man halt auch so schlecht, weil die halt die Fellfärbung geht so verflucht gut mit dem Rest hier. Oh, da ist ein Troll. Ah, hallo Isaros. Was ist das für ein Game? Bear Grylls? Das ist Enderal. Enderal ist eine Total Conversion für Skyrim. Geschaffen von einem deutschen Modder-Team, die bereits Morrowind und Oblivion Uh, ah, I love it, I love it, äh, mit einer Total Conversion ausgestattet haben. Hat eine ganz, ganz andere Story als, äh, als Skyrim, also, beziehungsweise als generell die Elder Scrolls, ne? Eine ganz eigene Geschichte mit fantastischen Charakteren, eine super Story und, äh, komplett synchronisiert mit sehr, 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 sehr guten Sprechern. Ja. Wenn du Ausrufezeichen Game in den Chat eingibst, kriegst du noch mal so eine kurze Zusammenfassung und einen Link zum Spiel. Oh. Hallo, die OnlyMac Radio. Ja, ich habe frei. Deswegen. Ehe die Stelle gemutet wurde. Ja, das, ähm, war aber zu erwarten. Das ist ja, das wird ja gemutet bei, wegen Copyright und so. Das, da steht ja ein automatisches System dahinter. Das hat ja dann, äh, weniger was damit zu tun, äh, ne? dass es gerade nur ihr Auftritt war, sondern einfach bei, wegen Copyright. Au. Ich habe dich gehört. Ich habe schon gewartet, wo du bist. Kleines Wölfchen. Aber ganz alleine. Das ist ja auch mal was eigenes. Brandenfels. Oh. Irgendwas hat er? Ahnengeister. Oh. Ahnengeister hat er. Das machen wir mal ganz kurz im Nahkampf. Jetzt keine Lust. Oh, ist der Elementar weg? Das hat den Elementar erwischt. Ah, mal im Discord. Ja, gerne. Das kannst du gerne machen, Wolf. Sehr, sehr gern. Gibt es hier irgendwas? Schmuck sieht es aus. Schön. Was haben wir denn hier? Runen, Handschuhe des Schützen. Rhetorik. Und Münz auf. Irgendwas dahinter noch? Nö. Ein Friedhof. Hier draußen. Ist ja auch interessant. 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 Es gibt doch auf jedem Friedhof einverdächtigen Erdhaufen. Da ist noch Wacholder. Da sind die Wölfe. Ja, das machen wir auch gleich im Nahkampf hier. Da fangen wir gar nicht erst an. Ich hier jetzt erst so einen Bogen raushole, dann treffe ich die wieder nicht. Das wird er dann wieder nix. Weiß er, wie es ist. Oh, hi. Ich meine, so ein Wolf als Begleiter wäre halt auch schön. Also so dauerhaft gezähmt quasi. Nicht so ein Beschworener, sondern so ein Dauerhafter. Das hätte was. Oh. Oh, Dudes. Ihr seht mich nicht, oder? Ich bin ja total unsichtbar. Na, vielleicht auch nicht. Das sind zwei, oder? Au. Hey. Hey. So, wo ist jetzt der letzte Dude? Alles klar. Uh, Level Up! Sehr schön. Also noch leveln wir relativ, also verhältnismäßig schnell, ne? Ich hätte gedacht, dass das irgendwann so richtig, richtig krass zäh wird. Aber noch fühlt sich das recht schnell an. Irgendwie. Habe ich euch gelootet? Beeindruckenderweise. So, habt ihr hier irgendwas Schönes? Was ist das denn? Der Vaterbuch 7. Ich glaube, das haben wir schon. Stern-Dings-Kriegshammer oder so. Du, 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 du. Ja. Ich finde es jetzt irgendwie immer noch kalt. Habe ich gedacht, es wird hier heute irgendwann mal warm, aber noch ist die Sonne vermutlich nicht rum. Wie ist bei euch so das Wetter? Habt ihr Sonne? Heute? Endlich? Mal wieder? Wo ist er denn? Wo geht er denn auf? Da nicht. Klick. In Magdeburg scheint sie. Okay. Sonne ist da. Sehr schön. Jetzt wollen wir uns jetzt endlich auch wieder sonnen. Heute. Deswegen hoffe ich, dass es wärmer wird. Sonne, aber frisch. Nur 11 Grad. Ja, ich glaube, bei uns ist es ähnlich. Sonne, aber frisch. Deswegen hoffe ich, wenn die dann wirklich rum ist, ums Eck, und ihr dann aufs Zimmer scheint, dass es dann hier drin mal warm wird. Sonne, kein Wölkchen in Sicht. Sonne und blauer Himmel. Die letzten zwei Tage war es ja furchtbar. Also die letzten zwei Tage, das Wetter war echt fatal. Es war eisig kalt, es war eisig kalt, hat geregnet, beschneit zum Teil. Sonst beschwerst du dich über die Temperatur. Ja, wenn mir kalt ist. Wenn mir kalt ist, beschwere ich mich und wenn es zu warm ist, beschwere ich mich. Natürlich. Das ist doch nur logisch. 10, 11 Grad haben wir auch nicht. Also wann mal nicht? Na, wenn es Wetter perfekt ist, dann beschwere ich mich nicht. Wo geht's? Wo geht's? Wo ist das? Wenn sie jetzt Schnurren hören. Schnurren ist halt auch relativ. Wie geht's? Tanzen. So. Haben wir denn jetzt hier hinten alles? Ich laufe so langsam. Haben wir wirklich alles? Tür, Tür. Hm, vorhin etwas verspekuliert. Dachte, ja, super Sonne und raus. Nicht lange gedauert und hab die Jacke gesucht. Ja, ich war es von den letzten zwei Tagen halt gewohnt, dass es kalt ist. Deswegen hab ich heute noch die dicke Jacke angehabt. Mit Maya draußen waren. Was auch eine gute Entscheidung war. Hast du Urlaub? Heute, ja. Ich hab heute noch frei, Global Beam. Hallöchen. Heute hab ich noch frei. deswegen Ausnahme Montags-Stream. Ja, nee, das ist für mich kein T-Shirt-Wetter, so. Nicht so ganz. Die Vorratskiste. So, ich glaube, ich glaube, jetzt haben wir hier die Ecke echt gut freigeräumt. Beeindruckenderweise. Jacke, T-Shirt, sitzt hier vollkommen hündlos. Hallo, Bifi. Too much information beam. Ähm. Das war ja ein Kopfgeldauftrag, ne? Genau, das war ein Kopfgeldauftrag. Den können wir also abgeben gehen. What? Nicht gesagt, dass ich hier nackt sitze. Du hast gesagt, du sitzt hündlos. Was ist denn sonst? Jetzt bin ich irritiert. Ähm. So, wir können ja mal hier einen Marker hinsetzen. Ich glaube zwar nicht, nee, warte mal, ich habe meinen, wo habe ich denn meinen Marker? Habe ich den? Einen Ark? Na, wir gucken mal, wo wir hinkommen mit Rückkehr. Ah, wie praktisch. Gute Raupe. Feine, feine, brave Vergangenheitsraube. So, dann wollen wir erstmal hier ein bisschen Zeug ablegen. Also das, was wir definitiv behalten. Das heißt, die ganzen Setsachen. Ähm. Wie langsam das inzwischen ist, Wenn ich das hier in die Kiste werfe. Und er hat halt so viel zu tun mit der Kiste. Können ein bisschen was verkaufen. Das kommt alles weg. Oh, ich glaube, Rhetorik Meister könnte ich jetzt lernen. Ähm. Ja, hatte ich. Hallo, Comic-Cards. Unterschied zu dem, was man sagt und zu dem, was gedacht wird. Nö, das ist eigentlich relativ klar. Wenn man schreibt, man sitzt hüllenlos, dann kann das nur bedeuten, man sitzt nackig dann. Da gibt's kein Zwischendeben, was gedacht wird und Zwischendeben, was man sagt. Kann, aber nicht muss. Na doch. Doch, das ist, das ist genauso, wie wenn man sagt, äh, wie Gott mich schuf. Ja, das hat nur, das hat nur eine Bedeutung. Hi, Bronco. Moin. Hallöchen. Außer Gott hatte ich bereits mit Sachen geschaffen, aber das wage ich ganz stark zu bezweifeln. Das wäre eine Sensation. Oh, oh, wie mich glaube, wir sollten aufhören, darüber zu reden. Es wird nicht besser. Äh, ach, Angry German, Mensch, das ist eine, eine Redewendung. Was, was tue ich? Wieso esse ich denn den Scheiß? Au. Was? Wieso? Das ist doch gerade in die Kiste getan. Wieso wartet der jetzt plötzlich auf Essen aus? Ha, sperrenden Staub? Hm, wurden sicher in Jugginghose geboren. Da bin ich mir nicht sicher. Ich hoffe nicht. Hm. Hm. Oh, der Wünschelbrunnen vom Goldenforst, das müssen wir ja noch machen. Huch. Da war ja was. Müssen wir gleich mal gucken, was drin steht. Von einem großen Schleim aus genießt. Hm. Q, Hallöchen. Ein wunderschönen guten Tag. Geil. Eeeh, es lebt. Yummy. So, das sind die Seelen. Wie vorsichtig und langsam ich das hier alles wegtun muss. Das ist ja ein bisschen grenzwertig. So, zerbrochener Seelenstein und da haben wir es auch schon. Dann müssen wir bloß noch die Baupläne mal alle in die Dings packen. Ablegen. So. Obst, frisches Röscher, mhm. Hi, Clu, Cass und TG Gaming. Hallos zu sein, krankheitsbedingt ist echt scheiße. Ohne Augenbrauen läuft der Schweiß in die Augen. Oh ja. Nein, da steht doch Schweiß. Glauben. Lesen. Lesen will das, habe ich gehört. Hat jemand erzählt. So, lasst uns hier mal so ein paar Sachen noch verkaufen. Achso, warte mal, ich habe dafür doch, oh Gott, welche Tasse war das wieder? Kuh. Das da, das da, benutzen. Genau, ich habe doch so extra Kleidung zum Verkaufen. Gewürze, Teppiche, Exquisitäten. So, mein Junge, was nimmst du mir denn alles ab? Du nimmst mir zum Beispiel hier den ganzen Mist ab. Das ist gut. Oh. Er hat keine Groschen mehr, das ist aber jetzt schlecht. Schade. Lebt wohl. Hm. Turm, rum, rum. Ah, Käsebebebe und Bürste im Bedacht. Lass die schmecken. Was wollte ich denn? Achso. Hm, Rhetorik? Yay, Rhetorik auf 100. Sehr gut. Ähm, den Erinnerungspunkt können wir mal noch reinpfeifen. Achso, da müsste ich ja jetzt zwei haben, ne? Wir könnten mal skillen. diese verdammte Matrosin ist einfach kein Verlass. Was skillen wir denn? Ach, hier. In dem Baum waren wir, glaube ich. Passgenau, Braumeister. Was kommt denn da oben noch? Schlangenblut, Sternlingsspinne, Reinheit. Was sind das hier? Selbstgebrauch, wirkungsvoller, ist eigentlich nutzlos. Negativen Wirkungen, Selbsthergestellter. Alle positiven Selbsthergestellter werden entfernt. Sternlingsspinne. Ist eigentlich auch nutzlos. Hohes Geschick. Schaden eines Nahkampfangriffs vollständig abgefangen wird. Na gut, das ist eigentlich, das ist dann schon schick. Ha, Giftresistenz um 40% sowie der Rüstungswert. Leichter Rüstung um 5% erhöht. Ja, das ist eigentlich, das ist, das ist gut. Dann gehen wir links rum. Braumeister brauche ich eigentlich nicht, aber wenn wir das hier noch mitnehmen und dann da oben hin, ist das, glaube ich, ganz okay. Gut. Okay. Die, 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 die. Äh, Berenis grundsätzlich, ja. So. Oh. Mythisch. Eure Klassenkonstellation ermöglicht es euch, eure alte Affinität Geisterklinge gegen eine neue auszutauschen. Was wollt ihr tun? Mögliche betrachten. Vielgereister Geisterklinge. Ne, ich bin bei Geisterklinge, laufe ich schon ganz gut. Das ist schon okay. Was macht denn vielgereister? Bestreitet wohl. Aber immer doch. Ich dachte, ich seh dann wenigstens, was das macht, das andere. So. Aber das sieht man ja offensichtlich leider nicht. Wie viel hatten die noch? 352. Kann die sich nicht einen der verfluchten Stäbe leisten? Stammt. Er hat den Scheiß wieder nicht los. Ich mach hier irgendwie so ein Gift. 37. Ja. Heute Morgen die neueste Folge gesehen ist. Hallo. Nein, sie ist nur zum Bestand. Ich hab die noch nicht gesehen. Es gibt bestimmt auch genug im Chat, die wir noch nicht gesehen haben. Das war's schon wieder. Mann, der Scheiß, das ist alles zu viel wert. Mana-Trank, ranzig. Weg damit. Charisma-Trank. Weg damit. Das war's schon wieder. Achso. Warte mal, wir haben jetzt, wir haben Rhetorik jetzt auf Meister. Handwerkskunst da noch weiter erhöhen. Und was machen wir denn hier eigentlich? Leichte Rüstung. Klein theoretisch. Sollen gleich mal noch gucken, ob wir noch Bücher haben. Massivst genervt sind. Wie kann man denn, aber wenn einen was nicht interessiert, wieso ist man dann davon genervt? Gerade erst reingekommen. Was ist das für ein Spiel? Hi, Dreams, Boy. Das ist Enderal. Enderal ist eine Total Conversion für Skyrim. Also die älteste Rons. Und hat aber eine ganz, ganz andere Handlung. Das war's schon wieder, ne? Hat eine ganz andere Handlung. Ich glaube, Schlösser knacken lassen wir mal da. Wobei. Eigentlich. Nö. Ähm, und ja, ist halt der, 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 der dritte Teil quasi einer Reihe, wenn man so möchte. Wenn man an jeder Ecke damit in Berührung kommt, dann, keine Ahnung, blende es doch einfach aus. Ja. Außerdem war es ja hier nur eine Frage, mehr nicht Global Beam. Wenn dich das schon triggert, hast du, glaube ich, echt ein Problem, du. Das kriegen wir schon noch alles. Das kriegen wir schon noch alles. viel zu viele Heilungstern. Viel zu viele Heilungstränke bei mir aktuell. Äh, da hat sie kein Geld mehr. Ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ich hab frei heute. Ich hab frei heute, deswegen Stream. Hab ich überhaupt noch was für den Schmied, also was mir der Schmied abnimmt? Äh, vermutlich nicht. Also, wir könnten, wir könnten ihm natürlich auch so ein paar davon einfach verticken, hier. Wie viele Groschen sind die wert? Wieso sind denn die so viele Groschen wert? Hoch? Ja, hoch? Das liegt, na, das liegt an Rhetorik so hoch und die Klamotten noch dazu. Ja, das hat einen ganz anderen Grund, dass das alles so wertig ist. Euna, Hallöchen. Dabei wird's doch grad Frühling! Frühling! Yay. So viele Tränke will ich vergiften. Wieso? Ich verkaufe die ja grad. Wie kann ich euch behilflich sein? Ähm, Nuclear Bear. Danke für den Follow. Und New Kids Maze. Danke auch für deinen Follow. Vertick den Scheiß doch gerade. Ich will's doch loswerden. Ich hab zu viel davon. Muss alles weg. Wir haben 34.000 Groschen grad auf der Hand. Uff. Na toll. So. Schreitet wohl. Hi. Grüße. Ich bin mir sicher, ihr werdet etwas finden. Na, ich weiß noch nicht. Diadem. Das nimmst du mir doch ab? Ah. Und sie nimmt mir die Bücher ab. Warte mal. Mal nach Wert. Dass wir möglichst viel loswerden. Toll. Das war's schon. Ah. Hast du vielleicht Gesellenbücher für leichte Rüstung? Hier. Leichte Rüstung Geselle. Ja, perfekt. Die nehm ich dir alle ab. Dankeschön. Dann kann ich dir nämlich wieder Scheiß andrehen. Das war's. Gut. Möge sein Licht euch leiten. Warst du mich bis auf den Bauernhof mit dem Vater? Das kapier ich nicht. Bis auf den Bauernhof mit dem Vater. Davon könnte ich mich zur Ruhe setzen. Ja, ja. Und wir haben noch irgendwie 20.000 auf der Bank. Hallo. Gestern Schneeregen gegeben. Ja, aber heute wird's doch schon wieder. Es wird doch schon wieder heute. Gut. Das hätten wir auch. Wie sieht man im Winter aus? 162. Jetzt gucken wir nochmal ganz kurz in die Kiste. Halt, bevor ich in die Kiste gucke. Ähm. Toll. Toll. Hier stehen leider die Notizen dazu nicht. Nein. Hi, Ingrimmel. Hallo. Was machst du denn hier? Ich hab frei und streamen. Das mach ich hier. Das ist nur Sonnenküste. Aber ich dachte, wir hätten... Haben wir die Notiz von dem anderen nicht gefunden, Golden Forest? Haben wir nicht. Verdammt. Ist es nicht für euch Fans eher ein Problem, wenn einer... Wenn einer Sache genervt ist? Nö. Was interessiert mich denn dein Elend? Ich glaube eher, dass es dein Problem ist, wenn du dich von etwas nerven lässt, was dich nicht interessiert. Ja, wir musst du aber schon mal... Ich dachte, wir waren an dem Brunnen. Warte mal kurz. Wir gucken mal. Brunnen. Ach nee, die... Oh, die gibt's ja. Die zeigt's ja auf der Map nicht. Hm. Die zeigt es auf der Map nicht. Verdammt. Ohne, ich kann dir grad nicht folgen. Was du da schreibst. Ach nee, mit... Ach, mit Beren ist hier irgendwie... Ach so, das was du da mit Beren... Ach so... Ah. Ach, du meinst den Anfang? Von Enderal? Das verstehst du nicht? Die Hintergrundgeschichte? Das klärt sich doch aber am Ende alles auf eigentlich. So, warte. Ja, all dies, das gibt es hier. Haben wir jetzt hier noch mehr? Alter, das gibt's ja nicht. Ralf Kroko ist ein Brigantenanführer, der seit 82, 30 nach Sternfall in Enderal berüchtigt ist. Seine Briganten belagern derzeit die meisten großen Handelsstraßen Enderalts und bisher ist es dem Orden noch nicht gelungen, sie zu zerschlagen. Bis jetzt. Gerüchteweise wurde Ralf Kroko in der Pechgrube in der Unterstadt gesichtet. Für sein Ableben sind 860 Enderaläer Groschen ausgeschrieben. Oh schön, das ist ja gleich hier. Das ist doch mal, das ist doch mal eine sehr entspannte, nicht weit zu reisende Quest. Da wollen wir doch dem Ralf mal einen Besuch abstatten. Ralf. Pechgrube. Bin ich? Wie komm ich denn jetzt da runter? Was? Na, habt ihr euch von oben gesehen schon die Hände blutig geschuftet, Oberstädterin? Weißt du, er höchstwahrscheinlich nicht mit ihm reden, oder? Ich speichere lieber mal, bevor ich wirklich noch mit ihm reden soll. Gut, das war einfach... Ralf. Schau dir weiter zu, vielleicht schnalle ich es dann irgendwann. Ja, ich will halt jetzt noch nichts vorwegnehmen. Weißt du, Berenis? Und jubi, Häppchen, vielen, vielen lieben Dank für den Recept. Danke für drei Monate. Grüße an alle Urlauber. Dankeschön für... 13 meine ich, 13 Monate. Und es schweben gerade zwei wunderschöne Wandregale durch deine Gummi-Zelle. Entscheide an welche Wände sie sollen und bestücke sie mit allerlei Deko. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. So, dann hätten wir den Herren auch eliminiert. Eliminieren. Was ist das denn? Ein mächtiger Zauber der Lichtmagie, der einen Kreis purer Heilmagie erschafft, der euch Leben und Rüstung gewährt. Uh. Schick. Ich habe nur Lichtmagie nicht hoch genug, um den zu lernen, aber... Schön, 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 schön. Hm, hm, hm. So. Dies, 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 dies war schon fast so einfach. Führ mal schnell runter in die Pechgrube, töten wieder hoch. Sag mal, war hier nicht irgendwo. Schlafräume? Ich weiß nicht mehr, wo genau. Aber hier war doch... Aber der hatte... Der war gegen irgendwas immun. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, hier dahinter. Verlassene Schächte. Und ich habe das Buch nicht dabei. Mythen und Legenden. Der blinde Schürfer. Der war nämlich gegen irgendwas immun. Hm. Ich lese vorher nochmal das Buch. Etan, danke für den Follow. Wir lesen nochmal das Buch. Gehen auch fuhren wir sicher. So. Noch schnell hoch zum Markt. Gehen wir die Quest ab. Dann holen wir das Buch. Für den Schürfer. Lesen wir das nochmal. Und dann machen wir den Schürfer platt. Hoffe ich. Der war schwer. Erinnere ich mich. Kopfkirche, die Errungenschaft freigeschalten. Das war es, glaube ich, ne? Yay. Ich habe alle... Ich habe alle Kopfgeldaufträge in A gemacht. Bup. Blind. Hier ist er. So. Das Buch brauche ich. Ah. Bop, 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 bop. Mythen und Legenden Band 1, der blinde Schürfer. Verfasst von Erzmagister Kawaii, Kawaii, Giratu, 81-11 nach Sternenfall. Der blinde Schürfer ist wohl einer der bekanntesten endraläischen Volkslegenden. Der Grund hierfür liegt vermutlich darin, dass sie sich unmittelbar unter den Füßen der Ackerbürger abspielt, in den Minenschächten der Pechgrube, dem zweitgrößten Minensystem des Landes. Bei dem blinden Schürfer, dessen tatsächlicher Name nicht bekannt ist, handelt es sich den Legenden zufolge, um einen Verlorenen, der in den Schächten der Pechgrube wandelt und bereits zahllosen, unvorsichtigen Arbeitern und Unterstädtern das Leben genommen hat. Seine Augen sind mit blutigem Tuch verdeckt und sein Körper ist übersät von Geschüren und Eiterbeulen. Seine Fratze besteht aus entmenschlichten Zähnen, scharf und spitz wie die eines Wolfes. Grund für seine Existenz ist der Legende nach ein Unglück, das sich 63, 63, 42 nach Sternenfall in den Minen ereignet haben soll. Durch einen Steinschlag wurde ein Tunnel verschüttet und die sich darin befindlichen 15 Schürfer und Schürferinnen von der Außenwelt abgeriegelt. Die Menge an Geröll war so groß, dass selbst nach drei Wochen der Eingang nicht wieder freigelegt werden konnte und drei weitere Wochen später glaubte man die Schürfer tot, schaufelte den Gang wieder zu und verbarrikadierte den Zugang dahin. Ein grausamer Trugschluss, denn die Schürfer lebten noch. Die ersten Wochen zerrten sie von dem wenigen Proviant, den sie bei sich trugen und als dieser knapp wurde, fingen sie Eiterkäfer und Ratten, um diese zu verspeisen. Schierer Überlebenswille und das Geräusch der Pickel, die auf den Stein einschlugen, der sie von der Außenwelt trennte, gab ihnen Hoffnung. Als das Geräusch jedoch verstummte, gerieten sie in Panik. Sie waren gefangen, alle Ewigkeit und sie wussten es. Stück für Stück verloren sie den Verstand. Alle, bis auf jenen, den wir heute als den blinden Schürfer kennen. Er, ein ehemaliger Vorarbeiter, der sich bei seinen Kameraden großer Beliebtheit erfreute, mahnte zur Ruhe und Stunde für Stunde, Tag für Tag verbrachte er damit, nach einem Ausgang zu suchen. Je mehr Tage jedoch verstrichen, desto schlimmer wurde die Lage. Dem blinden Schürfer gelang es nicht mehr, die Panik seiner Kameraden im Zaum zu halten und der immer schlimmer werdende Hunger tat sein Übriges. Eines Tages jedoch erschien ein Silberstreifen am Horizont. Der blinde Schürfer hatte einen Ausweg gefunden. Freudig wollte er zu seinen Kameraden zurückkehren, aber auf dem Weg zu ihnen offenbarte sich ihm ein grausiger Anblick. Der Leichnam einer seiner Männer. Er war grausam zugerichtet. Sein Bauch war von einer Axt aufgerissen worden. Blut und Indereien waren auf dem staubigen Boden verteilt. Noch bevor der blinde Schürfer den Stimmen folgte, die hinter einer Ecke hervordrangen, wusste er, was geschehen war. Seine Kameraden hatten den Mann verspeist. Rasender Zorn ergriff den Mann. So kurz waren sie vor der Rettung gewesen. So kurz. Und dennoch hatten sie sich der Entmenschlichung hingegeben, anstatt auf Malfas Licht zu vertrauen. Ohne nachzudenken, löste der blinde Schürfer die Axt aus dem Leichnam und stürmte zu seinen Kameraden, die ihn mit Blut verschmierten Mündern und Schrecken geweihteten Augen ansahen. Noch bevor sie begriffen hatten, wie ihnen geschehen war, hatte er sie alle getötet. Aber anstatt den Schacht zu verlassen, blieb er bei ihnen, denn er begriff, was er getan hatte. Und voller Abscheu riss er sich die Augen heraus, um die Folgen seiner Taten nicht länger ertragen zu müssen. Anmerkung des Verfassers Bis heute ist unklar, ob der blinde Schürfer tatsächlich existiert, aber auch keine Untersuchungen weisen darauf hin. Scheinbar verfügt er über einen magischen Schutz, der es unmöglich macht, ihn körperlich zu verletzen. Legenden zufolge soll ein psionisches Totem den Bann brechen können, aber es ist unklar, wie ein solches herzustellen ist, gerade da die Ausübung von Psyonik unter Strafe steht. Einzig und allein die Apothekarii könnten über solches Wissen verfügen, aber es ist zu vermuten, dass sie es, falls dem so ist, wohl behüten. Das war also nur das Totem, was man brauchte. Enderal ist ein Teil von Elder Scrolls? Nein. Nein. Enderal ist kein Teil von Elder Scrolls, sondern eine völlig eigenständige Story. Enderal ist die dritte, ähm, der dritte Teil einer, einer Reihe von Shua'i, also das Modder-Team, Shua'i, ein deutsches, ähm, die haben damals mit Morrowind angefangen, das zu modden, das hieß Arct Vent, äh, die, die Mod, die Total Conversion. Danach kam Oblivion mit Nerim, äh, und jetzt mit, mit Skyrim eben Enderal. Best-Kinder-Geschichte EU-West. Athanasius, Hallöchen. Ja, creepy Story, ne? Ähm, Ethan und Axmaika, danke für die Follows. Creepy! Das heißt, wir brauchen nur das Totem und das Totem habe ich, glaube ich, dabei. Genau. Das alte Band-Totem haben wir dabei, wir sind also auf der sicheren Seite. Wovon sollen wir jetzt leben? Oh, ich sollte vielleicht meine Klamotten mal wieder umziehen? Lund? Mann, Mann, Mann. Dann wollen wir uns mal in die Pechgrube, in die Minen in die Verlassenen begeben und schauen, ob es denn den blinden Schürfer gibt. Geht weiter. Woher hast du das Totem? Von den Apothekarii. Komm mir die Karte. Das findet man bei den Apothekarii. Totem aber auch umlegen, das muss man doch nicht, das kann man doch gar nicht. Den kann man nicht ausrüsten, den muss man nur dabei haben. Das Spiel auf Skyrim ist aber eigenständig. Klingt gut, erklärt, aber auch, warum mir das Auftreten des Spiels so bekannt vorkam. Ja, genau. Also es benutzt die Engine von Skyrim. Es benutzt die Engine von Skyrim, sieht demnach eben auch so ein bisschen so aus, ist klar. Ist aber ein ganz, ganz anderes Spiel. Völlig andere Story, komplett neu vertont. Hat also mit die Elder Scrolls per se nichts zu tun. Das war nur ein Straßendieb, das war nicht der Schürfer. Kann man den Apothekarii beitreten? Haben die eine Questline? Ne, kannst du nicht beitreten. Das weiß ich nicht, was das war. Aber vermutlich auch wieder nur ein Dieb oder so. Weiß halt nicht mehr, wo der ist. Das ist mein mein Problem. Ich hoffe, ich bin hier überhaupt richtig. Ich weiß. Heiner. Ich weiß, das ist doch schon längst bekannt. Die Abstimmung war doch kurz nach 10. Miss B. Fancy, Hallöchen, warst du mit dem Friseur am Freitag? Ja. Ich habe wieder kürzen lassen, damit ich so zwei Wochen Ruhe habe. Bevor mir der Pony wieder im Gesicht hängt. Das war jetzt wirklich nur ein Straßendieb, ja. Wo sind wir denn jetzt? Laut Map, Pechprobe, verlassene Schächte. Doch, wir werden ja schon richtig sein. Wobei, ich war hier schon. Das ist vermutlich nicht richtig, oder? Das ist nicht richtig. Hier waren wir schon. Durch die Schlafräume, das kann sein, ja. Wir gehen mal durch die Schlafräume durch. Hier waren wir schon. Dies ist nicht korrekt. Eben erst auf Twitter reingeschaut. Ja, 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 ich weiß. Ich habe das kurz nach 10. schon gesehen, dass das Thema durch ist. ist nicht korrekt. Ich gucke. Das ist er aber nicht, glaube ich. Das ist nur ein Minenarbeiter, ein ganz normaler. Irgendwo hier war der, aber ich glaube, der war irgendwie ums Eck rum dann. Das war total creepy. Fremdländer. Da, dahinter, da, 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 da geht's weiter. Hell scheint der Blutmond am Firmament. Wir haben euch niemals vergessen, der Blutmond scheint hell am Firmament. Hier ruht was die Indonesia, Vater von Inez. Aber es ist Fluch. Ah, gruselig. Da, 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 Montagsraube. Hallo, Hallo, Igel. Da, Lorik, ein Moinsen. Hallo, Ron. So. Alt-Arsolon. War das hier vorher schon? Hi, Zocker-Lady. Hallöchen. Hallo, nein. Nein. Niemand gesehen? Nichts ist passiert. Da, nochmal. Es ist nur ein Rallayim. Er tut mir nix. Da ist er. Ich bin halt in dem damals so oft gestorben. Aber wenn man dann halt schon richtig hochgelevelt ist, ist das auch gar kein Problem mehr. Das sieht echt nicht mehr frisch aus, du. Axt des blinden Schürfers. Ich bin neidisch auf deine Ladezeiten. SSD lässt grüßen. Lehrbuch plus zwei Lärmpunkte. Zauberbuch hypnotisieren. Rang zwei. Hör ich hier? Ich höre eine Seele. Ich höre eine Seele. Seele für Raupe. So. Die ist aber glaube ich dahinter. Die ist nicht hier. Die ist glaube ich auf der anderen Seite. Nee, ohne SSD mag ich mir das auch gar nicht mehr vorstellen. Das ist, ähm... Das ist schon wichtig. Sonst ist es halt vor allem bei so Spielen, die halt gerne mal abstürzen. Leider. Ähm, ähm... Immer das Problem ist, dass es dann halt ewig dauert. Und das macht ja dann doch keinen Spaß. Ja, wir kommen näher. Kostet ja heute zum Glück auch fast nichts mehr. Ja, eben. Es wird ja auch immer günstiger. Günstigerer alles. Von dem hier. Das ist relativ unproblematisch. Schill geschonnen! Nee. Hi Felix. Ich geh jetzt mal nach ganz unten. Hm. Groschen. Nehmen wir immer gern an uns. Du, Raupe. Du, Felix. Warst du beim Friseur am Freitag hier? Wenn ich wieder zwei Wochen Ruhe habe, ist der Pony wieder über dem Auge hängt. Könnt ihr mal so ein Stück noch nach vorne kommen? Danke. Nee, noch so ein... Warte, warte. Schaffe ich. Lustig, Felix! Hallo, Janett. Hi. Was war das denn? Lass mich. Wäre auch mal lustig sein. Ja. Das war sehr lustig. Sehr, sehr, sehr lustig. Ist da irgendwo was zum... Nö. Ich dachte, man kann das vielleicht anzünden mit irgendwas. Toll, die Tür dahinter geht auf, aber wie das hier vorne aufgeht, das wissen wir immer noch nicht. Mahlzeit, Baila. Bailia. Hi, Ghostwalker. Hi, Rednamnut. Ist das jetzt aufgegangen hier? Hey. Du, was du gerade beim Essen angestanden hast? Du hast gerade beim Essen angestanden, hast du ja... Da hatte ich doch Zeit. Hab da angestanden. Ist alles gut? Alles richtig gemacht, Janett. Hat dir denn die TwitchCon noch gefallen? War es schön? Genau. Solange du mir nichts zu essen mobst, ist alles gut. Sonst werden wir keine freuen. Hier. Folge dem Pfeil. Total doof. Ich finde gar nicht... Es sind nicht alle Streamer gefahren. Es waren nicht alle Streamer auf der... Auf der TwitchCon. Felix zum Beispiel war nicht da. Alle, die ich aktiv schaue, waren weg. Tja, Felix, jetzt weißt du Bescheid. Ach so. Hi, 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 hi. Hm. Was bist du denn jetzt so? Ich will auch mal lustig sein. Entschuldigung, Felix. Einige sind ja unausstehlich, wenn sie Junge haben. Ja. Das stimmt wohl. Dass du wenigstens nicht zur Gamescom fährst. Das stimmt ja. Zur Gamescom klaue ich dann den anderen, die auf die Gamescom fahren, die ganzen Subs. So läuft's nämlich. Wieso habe ich denn jetzt die Feinde da kaputt so mitgenommen? Kann mir das mal hiermit erklären? Ralaim, ein toter Ralaim. Bei dem bestimmt eine Seele rumliegt. Lass mich gucken. Netz der Seelen. Verlorener Ralaim. Jetzt ist es mein Ralaim. Was? Der sich bei seinen Mods entschuldigt? Perk, warum tust du das nicht? Was? Ich sehe Felix weniger als einen meiner Mods. Als einen Kumpel, der auch streamt. Mehr so in die Richtung. Ja, ja. Doch, der streamt. Habe ich gehört. Felix, du streamst doch, oder? Ich täusche mich da jetzt nicht. Jetzt kommt's gleich wieder. Was bist denn du jetzt so? Hallo, verbittert. Und danke für den Restart, verbittert. Danke für 31 Monate unserer unbegründeten Lebensfreude. Dankeschön und viel Spaß mit der Tatsache, dass endlich deine Toilette angeschlossen wird und eine Spülung erhält. Danke, Felix. Äh, verbittert. Nein, Felix, ich hab dich... Du weißt doch, ich hab dich gerne. Kurz davor, mein Weltbild zu schädigen. Manchmal so für mich alleine. Hm, der Loom. Danke für den Follow. Hallo. Oh. Könntet ihr stehen bleiben? Jetzt. Sitz. Jetzt. Sag mal. Sag mal. Sag mal. Mod-Kommentar gegeben. Der ist nicht nett. Was? Aber, aber, aber. Rednam, vielen, vielen Dank für den Resort. Upgrade! Danke für sechs Monate. Du bekommst Strom in deine Gummi-Zelle. Steckdosen und dein Kühlschrank, der sich automatisch mit deinem Lieblings-Kaltgetränk gefüllt. Dankeschön. Mod-Kommentarisch, hautpanisch. Was soll ist das? Ach so, das ist ja, man kann ja jetzt hier bei Leuten da was hinschreiben. Ne? Wenn die schon, also, wenn einem bei denen da irgendwie was aufgefallen ist, damit andere Mods das wissen. Dass die Menschen schon mal aufgefallen sind oder so. Ja, stimmt. Hab ich noch nie genutzt. Nun. Auch für andere Channeln. Ach, man sieht ja sogar Kommentare von anderen Channeln. Echt? Das finde ich ja schon wieder komisch. Oh, Gott. Uff. Mein Herz. Mein abends kleines Herz. Moin, Penragos. Ein Bierkühlschrank. Ab sofort, oh, fuck. Was soll jetzt noch kommen? Mit verbunden sein, denke ich. Was heißt denn verbunden? Okay, Rom, moin. Was heißt denn verbunden? Wo sind wir denn jetzt hier? Na, wir waren hier, aber echt noch nicht. Wie gut, dass ich Urlaub habe. Ich habe nur heute frei. Aber dann muss ich ja nur drei Tage arbeiten und dann ist schon wieder Wochenende. Das ist voll gut. Das ist richtig gut. Mist. 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 von allen anderen Kanälen das fragwürdig, ja eben Streaming Community oder so ja, weiß ich nicht ne, da hab ich echt keinen Lust, wie das System funktioniert ich hab's wie gesagt auch noch nicht benutzt Hallo, 10. Plage Hallöchen so so das nehmen wir mit wenn muss rauch mir, diktier mal was Saschin beschwert sich über Mods über fremde Moderatoren oder so Mods eigentlich erst als Partner kann man Mods eigentlich erst als Partner benennen, weil sonst könnte ich ja einfach mal im New User Stream zum Mod machen und der könnte da nachschauen das verstehe ich nicht was meinst du mit als Partner benennen Ach so, ne 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 ach, jetzt weiß ich was du meinst nein, man muss kein Partner sein um Mods ernennen zu können in seinem Kanal in seinem Kanal kann man jeden zum Mod machen den man möchte Modrechte kann man grundsätzlich immer vergeben dazu muss man nicht Partner sein das wäre ja bescheuert das wäre ja völlig ohne genau Micro Transactions du hast deinen ersten Mods freigeschalten für 50.000 weitere Bits erhältst du einen weiteren Mods voll gut mega die gute Geschäftsidee soll bei Eagle was über Sashim eintragen was nein das wird schon alle voll nett keine negativen Kommentare in aussehen Figur du könntest dich da wirklich gut mit anderen auch unterhalten sowas wäre ja auch also jetzt mal im Ernst das hat ja also das hat ja nun wirklich nichts mit mit TwitchCon oder generell irgendwo zu tun ja jeder der solche Kommentare zieht also sowas raushaut nicht im Spaß ja wenn Felix und ich hier rumwitzeln oder so das ist ja wieder was anderes ja wenn man so mit Kumpels und Kumpelinen rumwitzelt ähm und sich gegenseitig bisschen doof macht aber jeder der das sonst so macht und den Fakt den er da von sich gibt dann auch noch ernst meint der ist halt einfach mal ein Arsch also das ist schon mal Fakt ich glaube wir verwirren Rauper ein bisschen ein ganz klein wenig tut ihr das ja Trankmischelrucksack haben wir hier Einzelteile sehr sehr schön Weine braucht kein Mensch Alchemie Geselle ist ja auch eher so Low-Rang Gebiet ähm da irgendwo soll es noch hingehen da so lange es geht immer so schnell ja weil ich die Sätze da nicht verstehe ist Aussage über Felix als Wort Elnan er ist ein grandioser Mod jeder sollte so einen haben die 100 Euro via PayPal haben nichts mit dem Sinneswandel zu tun wann bekomme ich die denn hallo oder wer bekommt die jetzt kriegt die jetzt Felix ich sollte die bekommen oder am besten wir beide ich finde ich finde ja beide sollten die bekommen wieso du ich ja kommen wir beide ich kann das auch da reinschreiben ein Felix für jedermann das kam nicht durchs Mikro oder hat man das jetzt gehört Felix soll ich ihn hauen ich würde ihn hauen Felix klingt etwas nun der Felix klebt am Ende war zu verzerrt nochmal bitte uff die Stimme aus dem Off hat es schon geschrieben die Stimme aus dem Off ist da nicht so klar und jetzt das Herzchen hinterher schicken jetzt tun wir so Felix du darfst direkt hier bei kannst du kannst du bei einem anderen Mod einen Kommentar hinterlassen einen Mod Kommentar war gemein zu anderem Mod Granatstein Schwertbeschwören Rang 2 ja geht lul ja nice das ist ja witzig hallo Andi was 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 toll Igel für eine gute Mod Text Bewertung danke Igel mach ich dann später spendete Betrag x plus 2 Punkte im Muttiheft shaking Oh Anni, geht's dir gut? Anni, willst du nach arbeiten oder hast du frei? Wie spät ist denn das eigentlich? Um eins. Wieso habe ich denn jetzt Jingle-Bells im Kopf? Stimmt denn mit mir nicht? Halle der Fürstin. Alles klärchen. Ich habe Urlaub und bin gerade erwacht. Hast du etwa Anu gespielt die Nacht? Wieder Zeit für Fritten für Felix. Oh ja. Fritten für Felix. Bin ich auch voll für Nato, zock. Danke für den Follower. Herzkranzerweiterung für Felix. Das ist auch schön. Das gefällt mir auch gut. Das können wir auch machen. Bin einverstanden. Oh. Anu ist zwar toll, aber reizt mich gerade nicht so. Was hast du denn angespielt? Wenn ich fragen darf. Was reizt dich denn dann momentan? Zock technisch. Nichts, nix, nix, nix. Noble Karaffe. Cool. Weiße Dinge in Gläsern. Sehr abartig. Star Citizen und etwas worauf vorne. Da ist gerade ein Event. Streamst du morgen Anu? Das ist sehr gut möglich. Dies könnte sein. Kiste leer. Na, toll. Wenn das hier die Halle der Fürstin ist, wo ist denn die Fürstin? Die muss doch dann auch irgendwo mal kommen. Morgen, Anno? Klar, morgen, Anno. Darfst du eher? Wieso? Du kannst Anno ab 0 Uhr spielen. Heute 0 Uhr. Geht's los? Felix. Fürstin, genau. Morgen ist der 16. Genau, Felix. Hast du hier diese komische Kreatur schon umgemäht? Den blinden Schürfer? Ja, haben wir schon gemacht. Das war ja weiter draußen. Ich war auch Mittwoch aus. Nee, nee. Auch wenn es geil ist, dass die Monster mit dir stärker werden oder ist das vernünftig programmiert? Nee, die werden nicht mit dir stärker. Nein, nein. Das ist starr. Tatsächlich. Das Level der Gegner ist fest. Das heißt, es gibt einfache Gebiete und es gibt halt schwere Gebiete. Musst du die Woche arbeiten? Viel Spiderman! Kommt meine CE morgen. Ich muss auch arbeiten die Woche, aber ich kann ja danach, nach der Arbeit, kann ich ja dann zocken. Klar, mit Urlaub wäre besser. Da könntest du halt die ganze Zeit zocken, aber nein. Kurz weg und verpasst den blinden Schürfer. Ja, das ging ganz schnell, Bronco. Der hat nur drei Treffer gebraucht, dann lag er tot am Boden. Das war jetzt nicht sonderlich aufregend. Das ist aber eben auch zu erwarten, wenn man ausgelevelt ist. Damals habe ich den gemacht, da war ich Stufe 20 oder so. Da bin ich sonst wie oft gestorben. Ih, ist ja abartig. Also ich meine jetzt nicht den Resub, aber den freue ich mich natürlich. Baron, vielen lieben Dank für den Resub, aber diese dicke, fette Spinne da hinten war ein bisschen eklig. Dankeschön für 31 Monate im Kokon und erfreue dich an der endlich angeschlossenen Kloschüssel mit Spülung. Dankeschön. Ich habe ur Bock auf Anno. Die tu. Die tu, ich habe voll Bock. Oh, was habe ich denn jetzt? Ich dachte, der hat sich jetzt ins Laden gedrückt. Das wäre es gewesen. Das Mal laden, schickern, voll gut. Oh. War das etwa die... Das war doch nicht... War es das schon? Ihn, Resub ist abartigend. Anno in 4K auf Ultra ist geil. Fürstin Isolon. Tatsächlich. Die Spinne war hier Chefin. In Sohut. Na, wie ekelig. Ist aber nicht noch irgendwas, was man lüten kann, oder? In der Nacht von Samstag auf Sonntag nur 10 Stunden Lebenszeit gekostet. Geht ja. Ah, geht ja. Ah, hier ist meine Belohnung. Alles klar. Ne, das kannst du hier sparen. Feinstahlhornisch. Was braucht denn so einen Scheiß? Ah, nur eine Frostkappe, Mac. Das ist schon. Eispranke. So. Hier. Einmal durch. Möchtet ihr den Atem anhalten und den Wasserdurchbruch durchschwimmen? Die Strömung scheint nur in eine Richtung zu fließen. Ein Zurückkehrerinnen über diesen Weg wäre undenkbar. Gut. Inni. Inni. Alles klar. Wo sind wir denn jetzt? Wo geht es denn hier raus? Ach, hier sind wir. Alles klar. Ach so, ja. Hier war übrigens der blinde Schürfer. Hier. Hier liegt er noch tot am Boden. Machepampe. I fuii. Sieht halt nicht so fit aus. Ich kann ihn aber auch nicht so richtig bewegen, leider. Jetzt könnte ich das Gesicht mal angucken, aber es geht nicht. Wie war die TwitchCon? TwitchCon war gut. Hab alles gesehen, ja. Also alles, ähm, ich hab auch jeden geknuddelt, den ich knuddeln wollte. Das war ganz gut. Ich konnte jeden knuddeln, den ich knuddeln wollte. Mit einigen halt nur ganz kurz gequatscht. Das ist dann immer ein bisschen blöd. Man denkt, man läuft sich nochmal über den Weg, aber das war halt echt nicht so. Also ich hab einige nur ein einziges Mal gesehen. Ähm. Ja, aber ansonsten war toll. Zweites Spielen, aber aktuell keine Moneten, um es mal eben zu kaufen. Ne, das ist fies. Hallo, Ella. Nur mich nicht geknuddelt, wobei ich war auch nicht da. Ja, das ist dann, äh, schwierig. Zu lange auf dich warten, war Alters schwach. Ja, definitiv. Äh. Es ist super. Voodoo, ganz ehrlich, Anno 1800 ist top. Ich komm nicht zur Gamescom, nein. Nächstes Event wird die MEG in Erfurt. Fabi. Keine Gamescom für mich dieses Jahr. Ich fahre endlich mal wieder in den Urlaub. Hi, Rekla. Es tut mir leid. Also ich ärgere mich auch ein bisschen, ne, weil es halt das erste Mal seit vielen, vielen Jahren ist, nicht Gamescom. Aber, Urlaub. Dafür Sizilienurlaub. Dafür Sizilienurlaub. Das wird toll. Toll. Ella, du hast nicht viel verpasst. Ich hab die Kopfgeldaufträge in ARC erledigt und ich hab den blinden Schörfer getötet. Das ist eigentlich das, was wir bis jetzt gemacht haben in den zweieinhalb Stunden. Sizilien, bei der Mafia. Ja, bei der Mafia. Bei der Familie. In der Familie. So. Hallo von hinten. Ja, ja. Bye, bye, die OnlyMac Radio. Hab einen fantastischen Montag. Alter. Muss ja echt langsam sein. Das ist die, das ist inzwischen so übertrieben voll, die Kiste, dass das einfach nur noch ewig dauert, bis du das reinlegst. 10 war ich im Februar. Nee, Palermo. War super schön. Nee, wir sind auf der anderen Seite. Der Insel. Wir fahren nach Katal... Katania, Katalania, na, irgendwie so. Katania, glaube ich. Katania ist richtig, ja. Katania. Also auf der Ostseite der Insel. Palermo, dachte ich mir, ist bestimmt zu, zu touristisch. So ein bisschen die Hoffnung, dass es auf der anderen Seite nicht so ist. Die kleine Hoffnung. ins Erzgebirge und anschließend sind die Oberlaus zu Nuno. Bei mir ist alles gut, Fanny. Ich hoffe, bei dir auch. Na, dann ist es ja gut. Ja, das ist gut, Ella, oder? Hm. Katania ist Stress, aber wenn man Action will, ist es ja bestimmt auch schön. Wieso soll das Stress sein? Ich dachte, er fliegt. Natürlich fliegen wir. Superschöne kleine Stadt. Taumina. Dextro-Bund-Obsizien. Mhm. Na, ich will auf jeden Fall auf den Ätna. Ne, das ist klar. Wenn er immer in Sizilien ist, muss man sich auch den Ätna angucken. Und da mal hochkraxeln. Und dann mal gucken, was noch so geht. Na, ich habe... Dann nehmen wir aber eine Jacke mit dir. Ja, ja, wir werden schon gut Klamotten einpacken. Das ist doch alles. Spielt ihr dort dann auch Ätna bricht aus? Ich hoffe nicht, dass der ausbricht. Das war eigentlich gut. Man müsste wirklich mal härter durchgreifen. Und Gemüse ist es. Komm zu Irintosch an und kauf Fisch. Frisch aus dem Roten Meer. Bodo, das finde ich gut. Dass du es, äh... Dass du es bei Uplay mit den Pumpen kaufen willst. Das finde ich sehr gut. So ist richtig. Obst, frisches Obst. Ich habe diesen Kiesheller-Seiten. So, die Achse des blinden Schürfes behalten wir natürlich. Die werde ich definitiv nicht verkaufen. Äh... Die kommen weg. Mal gucken hier, was wir alles ablegen können. Hm. Glänzige Gister. Jetzt rall ich, dass Ätna bricht aus erst. Not like that. Ja. Der Ätna ist ein Vulkan auf Sizilien. Ein dicker, fetter Vulkan. Deswegen ist das lustig, Felix. Ätna bricht aus. Hihi. Da stehst du. Da stehst du. Hm. Zu Roxa, dann spiel die Spiele nicht. Ein voll easy. Jetzt zwingt dich auch keiner, bei Rewe einkaufen zu gehen. Oder dir eine Mercedes zu kaufen. Mal fast zum Gruß. Aber immer doch. Schreitet wohl. Easy. Ganz easy. Schreitet wohl. Aber immer doch. So. Die hat nicht viel Geld. Warte, den kann ich ihr verkaufen? Schon mal einer dieser Stäbe weg. Stäbe. Das weg. Das weg. Toll. Das war's wieder. Immer am Teich baden. Schreitet wohl. Ja? Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Sag, was ihr braucht. Doch, kauft alle Mercedes. Ich will eine Gehaltserhöhung. Mal aufstehen, an die PC wechseln. Mach das an ihm. So sieht's aus, Wulu. Zeit für Quark. Nein, nein, nein. Wir müssen das heute nicht nicht so großartig thematisieren. Ich spiel doch heute extra ein Spiel, wo man nicht, ne? Was seinen eigenen Launcher hat. Pff. Pfff. Pfff. Ich liebe mein Leben. So. Händler ist so nervig, der Spruch. Ich hör da schon gar nicht mehr hin. Ich hör da schon gar nicht mehr hin. Dass die Händler so von sich, von sich geben. Ah, willkommen. So. Schaut einfach selbst. Zu wenig Groschen. Das war's. Schreitet wohl. Jetzt auch auf Steam 1.11. Ja, aber Steam startet den Launcher 1.11. Also, selbstverständlich. Äh. Die Nekropole an. Auch sehr schöne Landschaft da. Pantalika, die Nekropole. Ich müsste mir das eigentlich gerade alles aufschreiben, ey. Kannst du mir das als Whisper noch mal schicken? Dann bleibt das nämlich da. Kann ich noch mal gucken. Weil wir erst, wenn wir da sind, werden wir uns richtig um Ausflüge und sowas kümmern. Und deswegen wäre das toll, wenn ich da noch mal so durchgucken könnte, was ihr da so für Vorschläge habt. Aber wenn das nur im Chat steht, das bleibt ja nicht da. Hm. Och, Igel. Knuff. So. Na, warte. Sie hat nicht mehr so viel. Moment. Sie ist... Sie ist nicht. Sie ist... Das war's. Dankeschön, Silent Water. Danke. Schuaii auch den Release von Nerim auf Steam plant. Ja. Ja, machen sie. Das finde ich auch voll gut. Das finde ich richtig, richtig gut. So. Den stehlern einen Wächter hätten wir noch. Und dann noch zwei, die uns fehlen. Habe ich da die Bücher vielleicht nicht gelesen? Wollen wir mal ganz kurz gucken. Für vielleicht Mythen und Legenden noch irgendwie... Ne, wir haben nur die drei. Ha. Okay. Äh. Hier fehlen mir halt noch die Notizen dazu. Die ich noch nicht. Herren der Verstoßenen auf meinen Reisen fand ich seltsame Subjektenfragment. Da fehlt mir auch noch eins. In den Quartieren des Tempels Rastin. Können wir mal, wir machen mal ein bisschen Hauptstory. Ella ist ja jetzt da. So, Sonnentempel. So viele Stunden versenkt. Ich habe meiner Meinung nach ein echtes Kunstwerk. Vor allem mit all den kleinen, liebevoll designten Elementen, die einem zeigen, was man schon erreicht hat. Nur zwei Stunden geschlafen heute Nacht. Nein, alles gut. Ella. Ist doch alles in Ordnung. Das war mehr ein Witz. Ella. Das war nicht ernst gemeint. Das Wunderkind. Wie schön. Wie schön. Genau. So. Ähm. Fokus wechseln. Zack. Und einmal schlafen. Ha. Aber Valum. Valum, weißt du so lang war. Valum. Oh, ne. Nato. Du musst Fatih sprechen. Er hat etwas Wichtiges zu sagen. Das ist total toll. Äh. Jubai. Andi, danke für den Reset. Oh, ein Knopf. Danke für 27 Monate im Kuckuck. Wie dich geknüpft und geknudelt. Und der 27. Ich glaube, Baumeister Manni kommt vorbei und nimmt Maße für ein Fenster. Dankeschön, Andi. Vielen Dank. Musik Community treffen wir in Berlin. Ah. Ach so, ich brauche ja hier eh nichts einsammeln. Ist ja total schwarz, nicht? Die Scheiße ist halt so creepy, echt. Oh Mann. Hi. Na, sieh mal einer an, wer da kommt. Und, mein Kind. Ich weiß, dass du es immer noch nicht gefunden hast. Du denkst, du weißt, was du tust, aber in Wahrheit irrst du immer noch im Dunkeln. Wie all die anderen auch. Leider. Das ist nicht wahr. Wir haben die Fackel. Und ich habe das Feuer gefunden. Ja. Das ist es, was du glaubst. Aber wäre es doch so einfach, die Wahrheit zu erkennen. Zu begreifen, wenn du zwischen all deinen Heldentaten eines nicht verlernt hattest. Nämlich zuzuhören. Komm, lass mich dir zeigen, was ich meine. So, Felix kriegt gleich wieder den nächsten, äh, Eintrag. Äh. Was, damit wir ihn VIP wieder wegnehmen können? Ach, damit wir ihn panken können. Dein Wort für Felix. Puh. So. Komm, mein Kind, setz dich. Setz dich und lass uns der Stille lauschen. Warum, Liebling? Warum lügst du? Du weißt doch, dass Lügen eine Sünde ist. Und du weißt auch, in welche Position mich das bringt. Was willst du denn noch hören? Es ist unseres. Deines. Meines. Du machst mich unglücklich, weißt du das? Du machst mich sehr, sehr unglücklich. Ein letztes Mal. Von wem ist das Kind? Oh, Herr. Ist das der Lohn für meine Frommheit? All die Jahre habe ich mich aufgeopfert für diese Familie. Ich habe geschuftet, meine Träume vergraben. Und alles nur, damit sie ein Dach über dem Kopf und Essen auf dem Tisch hat. Und nun? Nun betrügt mich mein eigenes Weib und trägt eine fremde Frucht im Bauch. Aber nein, das ist nicht genug. Sie verweigert mir die Wahrheit. Mir, ihrem eigenen Mann. Was soll ich tun, Herr? Sag es mir. Was soll ich tun? Natürlich. Natürlich, Herr. Ihr habt recht. Der Schöpfer hat zu mir gesprochen, Liebling. Ein Kind, das aus körperlicher Sünde entstanden ist, ist befleckt. Und deshalb werden wir es ertränken. Ja, so machen wir es. Sobald es draußen ist, kommt es in den Trog. Du bist ein Monster. Du bist ein verdammtes Monster. Wie bitte? Nein, ich... Es... Ich glaube, du hast gerade etwas gesagt, was mich sehr unglücklich machen würde. Aber leider habe ich es nicht verstanden. Sei doch so gut. Und sag es noch einmal. Was ist? Ich kann dich nicht hören, Liebling. Ich kann dich nicht hören. Und, mein Kind? Wie fühlt es sich an, machtlos zu sein? Wie fühlt es sich an, zusehen zu müssen und nichts tun zu können? Ich konnte nichts tun. Ich konnte es noch nie. Nein. Und jetzt kannst du es, nicht wahr? Aber uns bleibt keine Zeit mehr, mein Dummerchen. Ich muss nun gehen. Für immer. Ich habe schon so lange nichts mehr gegessen. Und ich brauche endlich wieder Fleisch. Blutiges. Verbranntes Fleisch. Leb wohl. Beim weisen Eremiten. Was ist denn los mit dir? Hey! Komm, aufwachen! Das Leuchtfeuer. Wir müssen es entzünden. Was? Aber das werden wir doch. Wir haben die Steine. Und wir werden die Hohn damit bannen. Ganz egal, was dieser Korrek dagegen zu unternehmen versucht. Und jetzt beruhige dich erst mal. Ist schon gut. Was ist passiert? Warum bist du hier? Weil. Hör her. Das in der Silberwolke. Es tut mir leid, was ich da gesagt habe. Die ganze letzte Zeit war fordernd. Ich sag's mal so. Und es ist einiges passiert, das mich ein paar Dinge hat hinterfragen lassen. Und die Sache mit Adila. Die war einfach der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Worauf ich hinaus will. Ich hab da unten viel Mist gesagt, den du nicht verdient hast abzubekommen. Also nochmal. Es tut mir leid. Hallo Knetmasse. Und nein, man kann da definitiv nicht eingreifen, Bronco-Papa. Man kann da leider nicht eingreifen. Kennst du eigentlich schon das Ende? Ich kenn das Ende, Hanfisch. Aber nichts schreiben, keinerlei Einspielung, gar nichts. Genug Leute im Chat, die es nicht kennen. Stimmt es denn, was du dort gesagt hast? Dass du mich für ein paar Groschen an Koharik verraten hättest? Ach Quatsch. Bitte, lass uns das nicht unnötig ausbreiten. In Ordnung? Du bist mir wichtig geworden. Wirklich. Wichtiger, als mir eigentlich lieb ist. Also sind wir wieder gut? Deine eigene Schwester wollte dich umbringen. Ich glaube, das rechtfertigt eine ganze Menge. Wie geht es dir denn jetzt? Beiläufig. Das ist mein zweiter Run. Bei meinem ersten habe ich das nicht gesagt. Nach dieser Aktion von mir fragst du mich, wie es mir geht? Eines muss ich dir lassen. Du hörst nie auf, mich zu überraschen. Aber, hm, wie geht es mir? Gute Frage. Ich glaube nicht, dass ich das mit Adila auch nur ansatzweise begriffen, geschweige denn, verarbeitet habe. Derzeit versuche ich einfach nur nach vorne zu denken. Für Selbstvorwürfe. Und sie werden kommen. Bleibt mir, nachdem wir diese Stahldings da entzündet haben, immer noch genug Zeit. Aber wie dem auch sei, Scharim und der Erzmagister wollten dich sehen. Es geht um den Numinos. Am besten du gehst zu ihnen, sobald du kannst. Haben sie was rausgefunden? Gut, sind sie im Chronikum? Ja, so wie immer. Ach, und eines noch, bevor du gehst. Kalia, das traurige Mädel. Was empfindest du für sie? Freundschaft, schätze ich. Wieso? Interesse. Danke für deine Ehrlichkeit. Wir sehen uns dann später, ja? Und gib auf dich Acht. Du siehst nämlich ziemlich mitgenommen aus. Danke. So. 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 So eine Idee zu haben, aber auch eine ganz andere, diese dann so überzeugt rüberzubringen. Ja. Ja. Ja, in meinem ersten Run habe ich nämlich Kalia gewählt. Ich werde beim zweiten jetzt eindeutig Jasper wählen, damit wir ein bisschen Abwechslung darin haben. Und dann vielleicht auch noch ein wenig mehr rüber, Jasper erfahren. Wir warten sehr. Wir werden sein. Deswegen muss ich jetzt ein bisschen lieb zu Jasper sein. Was? Auch wenn er mehr eigentlich auf Keks geht. Aber nun. So ist das. Für mich klingt das, als riskieren wir eine ganze Menge. Da seid ihr ja. Und? Habt ihr euch gut erholt? Oh. Ich muss sagen, ich habe noch nie einen Menschen so lang schlafen sehen. Ich habe euch im Gespräch unterbrochen. Es tut mir leid. Ich habe es gebraucht. Wie ist die Lage? Mehr Fälle des Roten Wahnsinns? Ja. Bürger und Bürgerinnen verschwinden aus der Stadt und werden von unseren Kundschaftlern halb verhungernd und deliröses Zeugreden in der Wildnis wiedergefunden. Und das ist nicht alles. Sie sind extrem gewaltbereit. Achtet auf euch, wenn ihr unterwegs seid. Wirklich. Meint ihr die hohen Gewinnern Macht? Ja, zweifelsohne. Mit dem Beginn des Krieges hat sich alles noch einmal um ein Vielfaches verschlimmert. Fast als würde das Chaos den hohen Kraft geben. Ich weiß es nicht. Hallo, Lashi. Ich glaube, du hast versehentlich deine Caps-Lock-Taste an. Haha, Felix. Ah, da war er wieder. Witzig. Wie geht es mit dem Leuchtfeuer voran? Mir wurde gesagt, ihr habt eine Fährte zu diesem Luminos gefunden. Naja, sagen wir, wir haben eine Fährte zu einem Ort, wo wir Hinweise finden könnten. Aber am besten, ich beginne die Geschichte von vorn. Während ihr geschlafen habt, hat jemand versucht, in das Lager der Kaserne einzubrechen. Ein Sternling namens Kurmai. Kurmai? Der Name kommt mir bekannt vor. Ich glaube, ich habe ihm vor einiger Zeit mal einen Gefallen getan. Was war der Grund für den Einbruch? Tja, haltet euch fest. Er sagte, dass er nach Schattenstall gesucht hat. Und zwar, weil er seit Jahrzehnten an einem Luftschiff baut, mit dem er die vergessene Heimat der Sternlinge finden will. Vergessene Heimat? Ja, habt ihr noch nie davon gehört? Die Sternlinge glauben, dass ihre Urväter und Mütter an einem vergessenen Ort in den Sternen geboren wurden. Es soll ein Ort sein, wo es keinen Krieg oder Hunger gibt und wo alle in perfekter Harmonie zusammenleben. All die Technologie, alle Maschinen, die wir den Sternlingen verdanken, wurde ursprünglich entwickelt, um sie zu diesem Ort zu bringen. Hat etwas Nostalgisches, wirklich. Aber leider sind auch schon sehr viele Sternlinge auf dieser Suche gestorben, weil ihre Luftschiffe abgestürzt oder verschollen sind. Und gefunden hat die Stadt noch keiner von ihnen. Kurmai aber behauptet, dass er es könnte. Aha. Aber was hat denn das eigentlich mit dem Numinos zu tun? Dazu wollte ich gerade kommen. Wir alle hieten ihn natürlich erstmal für verrückt. Als die Garin verhaftete, hat er gefläht und gebettelt. Er dürfe nicht scheitern, er sei so kurz davor. Keine Chance ist besser als eine, so sagt man doch so schön. Und ihr solltet noch mit dem Großmeister sprechen, er ließ nach euch rufen. Lies er das? Wie schön. Dann werde ich mal meinen heiligen Pflichten nachkommen. Schreitet wohl, Erzmagister. Ah, Prophetin. Hättet ihr später vielleicht noch einen Moment für mich? Aber sicher doch. Tja, und die haben zwei Dinge festgestellt. Erstens, das Schiff existiert wirklich. Und zweitens, die alten Pläne, nach denen er es zum Teil konstruiert hat, ähneln denen des Leuchtfeuers. Sie ähneln ihnen? Dann haben die Ursternlinge ursprünglich das Leuchtfeuer entworfen? Das oder jemand, dessen Pläne schon die Ursternlinge für den Bau der Sternenstadt verwendet hatten. Egal wie man es aber rollt, es heißt aber vor allem eines. Die Ursternlinge wussten von dem Leuchtfeuer. Und damit von dem Zyklus, den Hohn und der Läuterung. Und ihr meint, sie könnten wissen, was der Numenos ist und wo wir ihn finden könnten? Sagen wir es so. Wenn es jemand wissen könnte, dann sie. Und ein Versuch ist es wirklich wert. Das bedeutet also, wir müssen diesem Komae helfen, das Schiff fertigzustellen und ihn dann bei seiner Reise zur Sternenstadt begleiten. Ach, stellt euch doch mal vor, das funktioniert. Was wir die Urväter alles fragen könnten, ist unglaublich. Wirklich unglaublich. Eine sogenannte Total Conversion, Lysander. Zu deutsch, Komplettumwandlung. Das heißt, sie benutzen die Engine, das Grundgerüst von Skyrim und haben aber eine komplett neue Map draufgepackt. Zum Teil natürlich auch neue Assets, Designs, etc. Eine völlig andere Story, die überhaupt nichts mit die Elder Scrolls zu tun hat. Von der es auch zwei Vorgänger gibt, Arctvent und Nerim. Und ja, komplett neu synchronisiert mit fantastischen Sprechern, merkt man ja. Und ja. Bis die Tage, wo du, hab einen schönen Montag. Zombie Nummer 1, danke für den Follow. In anderen Worten, unser Ziel ist es, das Luftschiff gangbar zu machen, zur Sternenstadt zu fliegen und mithilfe ihrer Bewohner den Numinos zu finden. Simpel gesagt, ja. Klingt auch einfach. In Ordnung, wie gehen wir vor? Erstmal solltet ihr zu Komais Werkstatt in der Pulverwüste gehen. Der Großmeister und ein paar Arkanisten sind schon vorgegangen. Ei, ei. Wichtig ist, dass ihr vorsichtig seid. Die Nerimesen sind zwar nicht leichtsinnig genug, direkt vor dem Stadttor zu lagern, aber sie haben Außenposten auf ganz Enderal errichtet. Ihr beherrscht die Teleportmagie, nicht wahr? Nehmt diese Spruchrolle. Sie bringt euch ohne Umwege in die Pulverwüste. Ich muss jetzt weitermachen. Je mehr wir uns mit dem Leuchtfeuer auseinandersetzen, umso faszinierender wird es. Faszinierend. Es gibt noch viel zu lernen. Was? Teleport nach Dünenheim, alles klar. Aber zuvor möchte ich mit Charim sprechen. Das ist eine neue Quest. Yuzlan. Wieso wird der mehr... Ist der oben? Oder unten? Oder wo? Noch eins höher. Hi. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Diese Steintafel hat Lishari aus irgendeiner püreeischen Ruine hierher geschleppt. Sieht verwirrend aus, was? Laut ihr befand sich darin mehr Wissen über die Püree als in allen Folianten der Gelehrten des Ordens zusammen. Was? Vermutlich etwas übertrieben. Aber trotzdem. Kaum jemand wird jetzt noch die Zeit haben, sie zu entziffern. Lishari ist tot. Und Konstantin ebenso. Ihr klingt schwermütig. Hm. Sagen wir, ich habe viel nachgedacht. Über die Entscheidung, die wir im Leben manchmal treffen und... ...wohin sie uns führen. Aber naja. Das führt nirgendwohin. Lassen wir das. Ihr meintet, ihr wolltet mich sehen? Das wollte ich. Ich brauche eure Hilfe. Bei etwas... Wie soll ich sagen? Etwas Persönlichem. Jetzt? Ist das denn ein guter Zeitpunkt? Gute Zeitpunkte gibt es schon. Seit der rote Wahnsinn ausgebrochen ist, nicht mehr. Und glaubt mir einfach. Wenn es nicht wichtig wäre, würde ich euch nicht damit behelligen. Okay, worum geht es? Schwer zu erklären. Kommt! Wo gehen wir denn jetzt hin? So. Wo fange ich an? Stellt euch Folgendes vor. Ihr befindet euch in einer alten Festung. Plötzlich öffnet sich eine Tür. Und ein Bandit stürmt herein. Noch bevor ihr begreift, wie euch geschieht, legt ihr einen Bogen auf euch an und schießt. Was passiert? Der Bandit stolpert und schießt daneben. Schön wär's. Ähm. Tja, Schild ist nicht. Taumaturge bin ich auch nicht. Also, keine Ahnung. Der Bandit stolpert und schießt daneben. Dies ist eine Möglichkeit, ja. Und es könnte die sein, die euch geschieht. Tatsächlich spaltet sich aber in dem Moment, in dem der Bandit feuert, eure Realität in endlose weitere auf. Das ist korrekt. Eine, in der der Bandit euch trifft und tötet. Eine, in der er kurz bevor er loslässt von einem aus der Decke brechenden Stein getroffen wird. Eine, in der der Schütze von einer Tunnelspinne gefressen wird. Und so weiter und so fort. Die Möglichkeiten sind endlos. Alles, was passieren kann, wird passieren. Und schafft dabei einen neuen Realitätsstrang. Eine neue Eventualität. In anderen Worten, selbst wenn ich überlebe, gibt es eine andere Welt, in der ich tot bin. Nicht eine. Tausende. Millionen. Ebenso wie es Millionen gibt, in denen ihr weiterlebt. Oder eine, in der der Bandit sich plötzlich durch eine magische Anormalität in einen Myraden verwandelt und davonfliegt. Genau. Alles, was passieren kann, passiert und schafft seine eigene Realität. Das ist die Basis der Magie. Das ist mehr der Eventualitäten. Und ich schätze, dass ihr mir das erzählt, hat mit eurer Bitte zu tun. Dazu komme ich gleich. Ich nehme mal an, ihr wisst auch, dass Magie nur durch dieses Phänomen existieren kann. Moin Schauber. Ein Arkanist ist in der Lage, Elemente anderer Realitäten in unsere zu holen und dadurch Übernatürliches zu tun. Soweit, so gut. Was aber wäre, wenn es einen Weg gäbe, nicht nur Elemente anderer Realitäten in unsere zu bringen, sondern diese Realitäten physisch zu bereisen? Zu bereisen? Ihr meint, zwischen verschiedenen alternativen Realitäten zu wechseln? Korrekt. Wie zum Henker soll das möglich sein? Tja, hier wird es spannend, was? Mit dem Weltenwandler. Kommt, setzen wir uns. Was? Was, was, was? Wo hingen denn? Soll ich mich, soll, soll ich mich setzen? Ich setze mich. Also dann, ist euch der Name Dalmarag ein Begriff? Dalmarag? Der Ordenshüter, der Talgard bewohnbar machen wollte und stattdessen vernichtet hat? Richtig? Das Sonnenfeuer. Genau. Was aber kaum jemand weiß ist, dass Dalmarag an viel mehr Dingen als nur dem Sonnenrad geforscht hat. Unter anderem an dem Weltenwandler. Mein Sklave. Und dieses Gerät ermöglicht es, zwischen Realitäten zu wechseln? Zeitweilig, ja. Leider hatte Dalmarag dieses Gerät nie fertigstellen können, weil er zu sehr damit beschäftigt war, mit seinem Sonnenrad Talgard in die Luft zu jagen. Und ihr wollt den Weltenwandler rekonstruieren? Warum? Wegen Lishari? Lishari? Nein. Selbst wenn wir eine Realität finden, in welcher sie nicht gestorben ist, könnten wir sie nicht zurückbringen. Sagen wir einfach, dass es etwas gibt, was ich sehen muss. Was ich sehen will. Um ehrlich zu sein, hatte ich nicht vor, jemanden in die Sache hineinzuziehen. Aber es geht nicht anders. Also frage ich euch. Könnte uns ein solches Gerät nicht in unserem Kampf gegen den Zyklus zunutze kommen? Könnte es. Aber begrenzt. Anders als für den Zweck, für den ich den Wandler einzusetzen gedenke, fehlt uns im Falle des Zyklus ein konkreter Plan. Das stimmt. Das einzige, was wir mit ihm tun könnten, wäre blindlings in andere Realitäten zu spähen und hoffen, in dem kurzen Zeitfenster, das uns dort bleibt, Informationen zu gewinnen. Und aus Gründen, auf die ich später noch genauer eingehen werde, sind Reisen in andere Eventualitäten zu gefährlich, um dieses Unterfangen rentabel zu machen. Nein, Prophetin. Unsere Schlacht gegen die Hohen ist eine, die wir in dieser Welt ausrechten müssen. Daran führt kein Weg vorbei. Dann soll ich also helfen, euch also helfen, diesen Weltenwandler zu rekonstruieren? Das habe ich ihn doch aber gerade gefragt. Vorher. Es würde mir sehr viel bedeuten, falls das etwas für euch wiegt. Ähm. Gut, wo fangen wir an? Freut mich zu hören. Meinen Nachforschungen nach müssen wir zwei Materialien besorgen, die ich in Ark nicht beschaffen konnte. Einen speziellen Kristall. Und eine Legierung, die ich selbst nicht herstellen konnte. Beides sollten wir in Dalmaraks alter Werkstatt in Talgard finden können. War ich da nicht erst kürzlich? Ein besonderer Kristall? Ja. Ich werde euch später mehr dazu erzählen. Eines noch. Warum ich? Gibt es nicht noch zwei Arkandisten, die mit nach Enderal gekommen sind? Ja, Kiel und Miorul, meint ihr? Ja, die gibt es. Aber die sind nicht einmal ansatzweise fähig genug, um mir bei der Aktivierung zu helfen. Außerdem, das klingt jetzt vielleicht etwas seltsam. Ich vertraue euch. Weiß der Henker, warum ich das tue? Gut. Dann treffen wir uns bei seinem Labor. Wo finde ich es? Es befindet sich inmitten des verseuchten Gebietes in Talgard. Es wird also gefährlich. Yay! Ihr habt eine Karte, oder? So. Hier in der Gegend solltet ihr die Abtei finden. Ich würde mit euch mitkommen. Aber ich muss vorher noch ein paar Vorbereitungen treffen. Ah, und eines noch. Mir wäre es recht, wenn wir diese Angelegenheit vorerst zwischen uns halten. Erstens ist die Sache zu persönlich. Und zweitens ist mir das zu riskant, solange sich Kalim und sein Mithelfer noch auf freiem Fuß befinden. Je weniger neugierige Ohren also davon mitbekommen, desto besser. Wie genau läuft die Rekonstruktion des Weltenwandels ab? Womit muss ich rechnen? Das ist ein komplizierter Vorgang. Reden wir darüber, wenn es soweit ist. Okay. Könnt ihr mir zumindest nicht grob erzählen, was es mit dieser ganzen Sache auf sich hat? Grob. Hm. Sagen wir die Sache mit Lishari und Konstantin. Was passiert ist, hat mich ein paar Dinge hinterfragen lassen. Ich bin nicht froh darüber, wie sich die Dinge entwickelt haben. Aber ich weiß, dass ihre Opfer unvermeidlich waren. Dennoch, ich muss etwas sehen mir. Etwas vor Augen führen, damit ich für das, was uns noch bevorsteht, wieder zu alter Stärke gelangen kann. Nicht die Antwort, die ihr euch erhofft habt, ich weiß. Aber die beste, die ich für den Moment anzubieten habe. Na gut. Danke. Dann sehen wir uns in Talgard. Wir drehen gerade alle durch. Die Frau von meinem Bruder ist im Moment schwanger. Beide, die zu Hause nicht erreichbar sind, drehen jetzt alle vollends am Rad. Sie sind im Krankenhaus, ein Müsse, Aufresung, ohne was Bestimmtes zu wissen, verstehe ich einfach nicht. Sie sind die beiden einfach nur heute Morgen in die Therme gefahren. Ja, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Wobei man ja vielleicht jemanden erreichen müsste, oder? Nicht? Vor allem, wir waren erst kürzlich in Talgard. Das ist gar nicht so lange her. Was haben wir denn jetzt? Hi, Runner! Einen wunderschönen guten Tag. Hallöchen. Ein Montags-Stream-Town! Ja. Ein süßer, kleiner Montags-Stream. Nach Talgard. Wo genau sollen wir denn hin? Da waren wir definitiv noch nicht. Wir waren hier hinten überall. Hier so, hinten. Das haben wir ja erst gemacht, aber da waren wir noch nicht. Das heißt, zum Myradenturm, Quellwacht. Haben wir, haben wir da zufällig, ähm, eine Rolle vielleicht? Nein. Natürlich nicht! Tolli. Dann nehmen wir den Laden. Oh! Dann haben wir drei Tage arbeiten die Woche und dann wieder Wochenende. Langes Wochenende. Montag ist doch, ist Montag frei. Äh, Quellwacht. War die Raupe beim Friseur am Freitag da? Am Freitag, damit ich wieder ein paar Wochen Ruhe habe, was den Pony angeht. Ostermontag, da ist normalerweise frei. Ja! Das heißt dann wieder nur drei Tage Arbeit. Ja, Mann. So, müssen wir denn jetzt hier irgendwo hier dahinter geht's lang? Angeblich. Dunkel, je wie die Zeit vergeht. Ach, da hoch. Hä? Schneide-Schaufraube, ja, voll gut. Voll gut, was? Kann man, warte mal, kann man hier vielleicht pennen? Man kann doch meist oben in den Türmen pennen oder so. Das ist doch eigentlich immer... So ein Schlafsack liegt da meist rum. Ja. Gott sei Dank. Das ist gut. Die Arbeit ruft zur Roxa, dann wünsche ich dir eine angenehme Schicht bis die Tage. Och. Wir sind jetzt doch erst nächstes Wochenende. Ja. Na, nicht die... Na, nee, wann ist denn das? Na, ist doch aber richtig. Ist doch korrekt. Und dann den Montag ist frei. Ist doch, äh... Richtig so. Dieses. Naja, jetzt das, äh... Jetzt das kommende Wochenende halt. Jetzt gleich das Wochenende, was jetzt diese Woche kommt. Ende dieser Woche, genau. Ne? Deswegen ist ja Montag dann auch, äh, frei. Niesmode. Voll gut. Sehr, sehr gut. Das scheint mir hier aber alles ein wenig, äh... Nö? Feindlich. So. Feindlich. Feind im Gebüsch. Feind im Gebüsch. Fui. Schade. So. Das wäre ein sehr harter Lackschock gewesen. Alter, ihr seht ja... Feind, die Musik gerade wieder, ne? Hier ist irgendwo ein Bär. Aber ich sehe ihn nicht. Warte. Ein mächtiger Braunbär. Ja, komm mal ein Stück ran. Ist gut, da muss ich denn nicht so weit vorlaufen, um dich zu... Talga, Tumatorium. Da soll ich halt eigentlich gerade gar nicht hin. Ich soll da hoch. Sander, danke für den Follower, aber ich würde so gerne gucken. Nur mal kurz reingucken. Ich glaube nicht, dass es hier Freunde gibt. Oh, da ist es hier. Ah, scheiße. Shit. Eieieiei, ne Meister. Na, das wird wieder ein Spaß. Da brechen mir wieder 50 Dietrich ab, bis ich die offen hab. Oh. Nein! So nah und auch so fern. Alter, wie ich das hasse... Falsche Richtung. Streamst du das zum ersten Mal? Nein. Ich spiele es auch nicht zum ersten Mal. Also ich habe jetzt schon in dem Run... Wir können gleich mal gucken, wie viele Spielstunden wir jetzt in dem Lauf hier haben. Und das ist mein zweiter quasi. Das Spiel hat eine... Ähm, das Spiel hat ein Update bekommen. 134 Stunden spielen wir es jetzt. Das Spiel hat ein Update bekommen. Also ein... Ähm... DLC quasi. Eine Erweiterung. Da sind einige Storyquests dazugekommen. Das hier, was wir jetzt machen zum Beispiel, habe ich beim ersten Mal nicht gesehen. Ähm... Ja. Ich hole halt jetzt so einiges nach, was ich beim ersten Mal nicht gemacht habe. Und schaue mir natürlich auch die neuen Sachen an. Nö? Wohltatrang 5. Das ist halt jetzt schon... Das ist wirklich... Talgard ist Heil-Level-Gebiet. Wegestreuen, Heilschuhe... Zauberstab. Ist da irgendwas im Eck? Mhm. Die Frage ist aber, will man hier überhaupt runterfallen? Will man dann runtergefallen? Ist es nämlich zu spät. Da hinten. Lässt sich nicht verarschen. Schade. Ich dachte, der Eis-Elemental würde sich vielleicht verarschen lassen. So, guck mal. Da hinten. Pfeil. Nein. Eine Kiste. Äh... Klick. Uiuiuiui. Ich will fast alles. Bis auf das Schwert. Weiten. Ein dreiköpfiger Affe. Nein. Wo? Das ist doch hier. Das ist doch... Total unsafe. Sorry. Ausgelöst. Super. Nein, 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 nein. Huh. Nachträger? Wohin? Durch die Kiste durch, oder was? Ach, da geht's nach Nachträger. Raupenhack! Oh, schön vorsichtig hier. Ey, ihr könnt halt echt hinter jeder Ecke, kannst du hier... ...gemorchelt werden. Dann zu einem Burger-Patty gequetscht. Blom, 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 blom. Ne, ich krieg heute Lasagne. Heute gibt es lecker Lasagne. Lala Lasagne. Lala Lasagne. Mh, 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 mh. Oh. Irgendwas hat mich entdeckt. Ich finde nicht gut, wenn mich was entdecken. Ich es aber nicht sehe. Was hat mich denn entdeckt? Ach, da unten. Ein Elementarwolf. Das ist doch bestimmt nicht... Der ist doch nicht alleine. Da ist der nicht alleine. Scheiß Drecken. Schichtraupe ist immer gut. Schichtraupe. Au. Oh, verdammt. Huch. Okay. Sagt er, das ist ja total gefährlich. Ist mein Loot auch noch darunter gefallen. Toll. Toll. Totally toll. Okay. 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 Well done. Ich hab halt das Gebiet hier definitiv damals nicht gesehen. Weil es das Gebiet an sich ja mit Sicherheit gab, oder? Das Gebiet selbst ist doch noch nicht neu. Oder? Ich war ja nicht. Ich kann mich daran erinnern, wenn ich nicht mehr wissen will. Creepy! Erd Element auch. Ah, Elementgeist. Von mir aus auch das. Was ist das? Klar, hat der jetzt auch. Alter, was fällt mir ein? Abhauen und dann ums Eck rum wiederkommen, oder was? Ach nee, das ist ein anderer. Scheißdreck. Wie heißt die Wand an, das ist ein anderer. Oh, das macht hier alles ganz schön Schaden. Das finden wir nicht gut. Das sind zwei Skelette. Okay. Okay. Schleichtung und der Eis-Elementar. Stopp, 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 stopp. Ja. Der kann das. Den stört das nicht. Stopp, stopp, stopp. Der ist halt alleine unterwegs. Niemand würde denken, dass der beschworen worden wäre. Nein. Nein, nein. Könnten mal was essen. Moin, Alvami. Geht's da oben rein? Nee. Nein, nein, nein. So, bevor wir hier weitergehen, werden wir mal ein klitzekleines Päuschen machen. Wie geil das halt einfach aussieht. Da kann ich nämlich für kleine Flauschrauben gehen und mir einen frischen Kaffee holen und so. Und ihr könnt es auch. Streckt euch und dann sehen wir uns hier in wenigen, wenigen, wichtigen... Oh Gott. Knack. In wenigen Minuten wieder. Bis gleich. Mensch, das ist aber windig hier. Das ist krass. Ha. Ha. Die einfach nur einen Klick brauchen, wo dann alles automatisch passiert. Was? Kokon-Loot ja alles. Eine App dafür. Das wäre ja aber langweilig. Das wäre ja voll langweilig. Danke fürs WB. Ich habe jetzt Kaffee und ich habe nicht nur Kaffee, sondern ich habe sogar... Muhaha. Hm. Nehmt euch ruhig ein Stück. Los. Hm. 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 Das ist ja ein Kuchen, der im Volumen so groß ist wie ihr Kopf. Das stimmt nicht. Nomi hat ein Eis. Das reicht. Eis ist auch lecker. Es wäre mir jetzt nur zu kalt. Gerade. Das ist nicht größer als ich. Hm. 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 Lass es dir schmecken, Anni. Boah. Es ist übrigens Marzipan-Trotte. Hm. Eins ab. Hm. Hm. Das ist so lecker. Das ist gerade echt so lecker. Hm. Das ist so lecker. Und dann geht's weiter. Was geht hier? Wo sind wir hier? Was zur Hölle ist denn hier? Uff, wie schlimm. Ich kann den Genuss bei Raub im Gesicht lesen, merke selber dabei dieses zarte, weiche, süße Marzipan auf der Zunge, wie es sich da breit macht, leicht performt. Dazu dann die Sahne. Ja, genau. Fabian Leicht, danke für den Follow. Alter, die sind ja instant. Und... Boah, wie übel. Das Sonnenfeuer. Aber ich meine, man kann zumindest davon ausgehen, dass sie es gar nicht so gemerkt haben, oder? Ich glaube, die waren halt sofort tot. Ist das jetzt gut? Irgendwie was für ein Fallout, ja. 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 Hat es. Ja. 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 Hi Seele. Noch einen Tag bis zum Allrelease. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich freue mich so. Wie komme ich denn da hochverflucht? Hä? Ich bin irritiert. Äußerst irritiert. Ah. Große Treppe. Nicht gesehen. Kann man übersehen. Oh. Verfallstage. 30 und dann schnipps männlich. Aber ja noch 6 Tage. Ob mein Mann das gefallen wird? Bezweifel ich. Ach. Damit kann er umgehen. Ein Mönch. Was? Uah. Lass das. Aus. Hör auf. Ich seh dich nicht. Ah. Ich glaube, ich hab ihn getroffen. Das war aber mehr... mehr Glück als Verstand. Uff. Der weiß es ja auch schon länger. Genau. So werden nämlich grundsätzlich Männer geboren. Ja. Das sind 30-jährige Frauen. Zerstörte Abtei. Ach doch, warte mal. Ich glaube, ich war hier. Damals. Das hier kommt mir jetzt schon irgendwie gekannt vor. Ich glaube, ich bin hier ganz oft gestorben. Ach du Scheiße. Ach du heilige Kacke. Schnell weg. Schnell weg. Wo kommen die 20-jährigen Männer her? Die gibt es nicht. Die existieren nicht. Das ist eine Lüge. Hä? Wie können die jetzt alle... Ach, da ist was. Guck mal. Da, 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 da. Da läuft was. Das haben wir getroffen. Das haben wir auch getroffen. Da ist noch irgendwas, was ich nicht sehe. Oh nein, ich bin eine Lüge, hab's geahnt. Von den 50er-Wändern. Ähm. Hihi, Bettelzong. W-w-w-wieso? Weil... Muss ich das verstehen? Nee, ne? Muss ich nicht. Das ist, glaube ich, wieder so eine Art Humor, die ich halt einfach nicht... Äh. Hm. Ich wusste doch, dass ich früher eine Frau war, daher der Deko-Fimmel. Ich habe aber überhaupt keinen Deko-Fimmel. So gar nicht. Oh, sehr gute Aussicht. Was, du bist nicht instant tot? Was stimmt mit dir nicht? Stirb, gefälligst du. Äh. Haben da immer so einen internen Joke. Er sagt immer, wenn du 30 wirst, trenne ich mich und suche meine Jüngere. Letzte Beziehung kurz nach dem 30. Geburtstag seiner letzten Partnerin in die Brüche ging. Was bei uns gut läuft, mache ich mir da keine Sorgen. Ich drücke fest die Daumen. Ist wie fancy. 30 automatisch zum Mann wird. Dachte ich, versteh's den. Wenn wir das jetzt zusammen nehmen, wären ja alle dumm. Hm, doch Das klingt logisch Ganz einfach unkomplizierte Wesen Na, es gibt auch bei Männern äußerst komplizierte Ich schreibe schon wieder Englisch statt Deutsch Das ist richtig, Ella, das machst du Wow, schon wieder Ich bin weg Au, nein, tut mir nix Ich bin nicht da Niemand hat mich gesehen Verschwindet Katze, nein, nein, nicht auf den Toll Hat die schon wieder Kuchentorte, um genau zu sein, Runner Ich habe Torte Katze, das ist blöd beim Zocken Ich hab dich, ich hab dich echt Hier, guck mal, Katze So, du darfst jetzt da rüber Hier auf den anderen Schoß So ist fein So Torte macht den Kuchen nicht schlechter, das stimmt Und ein Dream-Anime Hi, Frechdachs Frechdachs Da gibt's auf Twitter Gibt's ganz, ganz Also gibt's einige Bilder von den Katzen Wir haben ja zwei Katze ist doch ein Paradebeispiel Was, wie ein Paradebeispiel Eine Marmorkuchen-Katze Hallo, Miss Nocturne Und Heilpika Das ist halt eine dreifarbige Oder Ja, die sind bunt Sie sind halt einfach bunt Mhm Miss Befancy Ja, genau so ist es Aber sie hat sich jetzt Gott sei Dank Darauf eingelassen Dass auch der andere Schoß Ganz bequem ist Deine Katze haut dich Wenn du sie graulst Nee, das macht die Katze nicht Ach, wenn du sie nicht graulst Achso Hm Genau, Schildpad Genau Ganz genau Naja, sie sind Wie alt sind die jetzt? Die werden elf dieses Jahr, ne? Ja, die Katzen werden beide elf dieses Jahr Maja auch Unsere Tiere sind alle gleich alt Hi, Razor So, jetzt müssen wir hier ein bisschen vorsichtig drüben Robbenimma seid am Essen Ja, ich habe Hunger Alter, ich seh die noch nicht mal Das ist doch kack hier Ich seh den Feind halt nicht mal Ich kann nur raten, wo die sind Ich kann nur raten, wo die sind Wow Direkt neben mir Oh, kein Mann mehr Uff Haben wir Kein Schockschutztrank Super Super Ich seh die Krise Ich seh die Krise Alter! Au, 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 au! Boah! Aue! Alter! Nein, 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 nein! Nein, nein! Sterbe! Huh! Ähm... Oh, diese Kackviecher, ey, das ist übel! Der Damage! Puh! Der Damage! Au, 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 au! Nein, 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 nein! Der hat kein Mana mehr. Boah, wie ein Mehl! Boah, was ein Glück. Entschuldigung. Boah! Roisa, das ist doch nicht schlimm. Nächste Veranstaltung kommt mit Sicherheit. Hm! Hm! Geschwister! Wir dieses Jahr 15. Dieses Jahr auch 11. Kater führt sich manchmal auf, als sei er erst 2. Eine Identitätskrise. Bye-bye, Razor. Habt noch einen schönen Tag. Ja, Stoffi. Ein Stoffi fertig macht. Nee, ich trage leichte Rüstung. Nicht Stoff. Wobei, das ist so ein bisschen wie leichte Rüstung. Zählt zumindest, glaube ich, in dieselbe Kategorie. Wo ist denn jetzt der Lut? Meine Güte, du. Die machen echt keinen Spaß. Wachsen denen Wurzeln aus dem Kopf? Wieso wachsen denen Wurzeln aus dem Kopf? Wollen sie nicht hin? Wollen sie nicht hin? Wollen sie nicht hin? Wollen sie nicht hin? Das ist ja so, wie wir uns zu machen. Das ist ja wieder alles. Registro in Schlachtaxt? Woher? Ei lieber Tinneth, ey. Sonst ist hier nichts nicht, dass ich wieder das übersehe. Okay. Was machst du da gerade für eine Quest? Rechtaxt, das ist eine neue. Ein Tropfen in einem Meer. Sollen Yuslan helfen den Weltenwandler Weltenwandler heißt das Ding zu finden. Ähm. Müsste ich doch gleich mal wieder ein Screenshot machen, sah so gut aus. Zerstörte Abtei Hallen. Oh wow. Äh, was geht denn hier? Ach, das sind alles Gegner. Oh. Sonnengeborene. Ist das richtig, die zu töten? Ich bin mir irgendwie nicht so ganz sicher, wen ich töten soll. Oh. Oh. Don't. Do. This. Oh. Shit. C'mon. Huuu. Wie schlecht. Oh. Und dann gemütlich. ein Eisgürtel. Huuu. Huuu. Hartnäckig diese Kerle. Huuu. Wer sind die eigentlich? Wilde? Sonnengeborene. Die Nachkommen derjenigen, die das zweifelhafte Glück hatten, das Sonnenfeuer zu überleben. Sprechen sie unsere Sprache? Nein, das tun sie nicht. Ich bin kein Experte auf dem Gebiet. Aber so wie ich das verstanden habe, haben ihnen die Nachwirkung des Sonnenfeuers die Stimmbänder verstimmelt. Mhm. Warum unternimmt der Orden nichts gegen sie? Tja, das müsst ihr den heiligen Großmeister fragen. Aber ehrlich, warum sollte der Orden etwas unternehmen? Für ihn sind die Sonnengeborenen ein Haufen entstellte Wilde, die ein ohnehin verseuchtes Gebiet bevölkern. In die Nähe der Groschenstraße wagen sie sich ohnehin nie. Und die Ressourcen für eine Reinigungsaktion, wie der Orden sie ja so gerne unternimmt, wäre das nicht wert. Okay. Benutzt du die Screenshots eigentlich auch? Was heißt benutzen, Rana? Ich poste immer mal einen Screenshot bei einem Live-Tweet oder so, also wenn wir live gehen mit Enderern. Verstehe. Hat man je versucht sie zu, ich weiß nicht, zu heilen? Schätze nicht. Solche Forschungen wären teuer. Und wer hätte was davon? Aber naja, das ist ein Thema für sich. Seid ihr bereit? Wonach suchen wir nochmal genau? Wie gesagt, nach zwei Objekten. Dem Ätherkristall und einer speziellen Legierung, die Dal Marag für den Weltenwandler gefertigt hat. Ich kümmere mich um die Legierung, ihr um den Kristall. Einverstanden? Einverstanden. Was ist ein Ätherkristall? Wie sieht er aus? Ganz genau weiß ich das nicht. Aber meinen Quellen zufolge sollte er aus einer Art bläulichen Kristall bestehen. Okay. Und was die erste Frage angeht, er ist das Kernelement des Weltenwandlers. Ich erkläre euch später, welche Funktionen genau er für den Weltenwandler selbst erfüllt. Aber an sich fungiert er als eine Art, wie soll ich sagen, eine Art Verstärker für den Blick auf das Meer der Eventualitäten. Ein Verstärker für den Blick? Was soll man sich darunter vorstellen? Nun ja. Der Grund, dass so viele Magier den Verstand verlieren ist, dass wir als Achanisten ständig andere Eventualitäten wahrnehmen. Nicht bewusst, aber unbewusst. Eine Art Hintergrundrauschen. Man muss lernen, es auszuklammern. Der Ätherkristall verstärkt dieses Wahrnehmen bei dem, der ihn trägt. So was meine ich? Ich mache eigentlich nicht Screenshots, weil ich da nicht wirklich Verwendung für habe. Hat mich nur interessiert, wo die bei dir zum Einsatz kommt. Na, zum Beispiel bei einem Tweet. Runner. Klingt gefährlich. Auf Dauer vielleicht. Aber nicht für die paar Minuten, die ihr oder ich ihn tragen werdet. Na, hoffentlich. Verstehe. Wo genau soll ich danach suchen? Ich schlage vor, zuerst in seine Laboren. Die sollten sich in der Nähe der alten Bibliothek hier in der Abtei befinden. Also weiter unten. Los. Fangen wir an. Ei, ei. Wenn ihr den Kristall gefunden habt, kommt hierher zurück und wartet, falls ich noch nicht wieder da bin. Klar. Jetzt erstmal looten. So. Ich bin ja schließlich ganz neu. Eterna Stiefel, die nehmen wir doch auch gerne mit. Leeres Fass. Leeres Fass. Silberstahldolch. Hauptsache. Aber die sehen halt auch Schmuck aus, ne? Der ist jetzt nicht so viel wert, aber der sieht schon echt gut aus. Schnieke. Da gehts wieder raus. Raus wollen wir nicht. Unterkünfte wollen wir eigentlich auch nicht. Wir sollen da rüber. Jetzt hier noch looten. Wo lässt Rauper all die Sachen? Was? Wie? Wo lasse ich die? Die kommen in meinen riesigen Lootbeutel. Beziehungsweise in meinen Rucksack hier auf meinem Rücken. Die passen da locker rein. Das ist quasi... Mein Rucksack ist wie so ein Tardus, weißt du? Unterkünfte. Unterkünfte. Schwert beschwören. Kiste. Funny Rules, danke für den Follow. Oh, Schwert will ich nicht, will ich nicht, will ich nicht. Nehme ich mit. Nehme ich mit. Noch eine Kiste. Nicht ganz fast. Klick. Das ist die von Hermine. Ja, genau. Wie die von Hermine. Genau so darf man sich das vorstellen. Kleine Eisbranke im Eck. Okay. Ich habe gestern heute so viel gehäut. Wieso denn das? Meine Augen sind so wie. Aber warum, Ella? Warum weinst du? Sag mal, soll das hier so windig sein? Das erscheint mir nicht richtig. Und ja, das soll so. Nö, soll es nicht. Deswegen ist nämlich nach dem Neuladen Ruhe. Hallo, Vicky. Und ich sie nie wieder sehe, wenn ich Pech habe. Das, ja, ist leider so. Ja, das mit dem windigen Geräusch, das ist halt häufiger mal ein Bug, Ella. Tatsächlich. Also es soll eigentlich nicht sein. Und seit ich das weiß, versuche ich dann einfach mal ein Reload und dann ist meistens Ruhe. Boah, noch mehr Mönche. Boah, fuck ey. Die machen halt so viel Schaden. Da hinten. Nee, falsche Richtung. Nee, geh weg. Nee, ich bin doch gar nicht hier. Gott sei Dank bin ich fast unsichtbar. Über mir steht nur einer. Ah. Interessant, Ella. Okay. Gut. Eterna-Bogen. Alter. Ey. Uff. Ich muss echt aufpassen. Ich glaube, wenn mich hier so eine Gruppe sieht, bin ich faktisch tot. Ich sollte das wohl nicht so stolz rum erzählen. Naja. Nun. Trochener Seelenstein. Nein. Hä, wieso strafbar? Was? Wieso sollte man sich denn damit strafbar machen? Ist doch schossen. Hä? Ella ist doch nicht unter 18. Hier im Chat ist niemand unter 18. Und wenn er das schreibt, wird er gebannt. Hä? Hä? Selbst wenn 92 ist Geburts... Das ist das Geburtsjahr. Dream Anime. Rechne doch mal. Ich bin 90 geboren. Ich bin 29. Hallo? Dream Anime ist noch nicht ganz wach. Ich glaube, Dream Anime braucht noch ein bisschen Fluff. Ja, die Zeit vergeht zu schnell. Da stimme ich dir echt zu. Das ist wirklich... Das ist echt ein Problem. Sag mal, was ist denn das jetzt hier? Jede Tür hier ist zu. Hier muss es doch Hebel oder so einen Scheiß geben. Demenz. Die Demenz schlägt zu. Ach, da ist ein Hebel. Das ist da unten jetzt aufgegangen. Da ist ja aber noch eine zweite Tür. Skarak-Handschuhe. Ein paar Groschen noch. Raupe ist nicht nett. Wieso? Verstehe ich nicht. Ich bin immer nett. Immer. So, hier ist aber kein zweiter Hebel, ne? Verdammt. Ich kann da drauflaufen. Achso, das ist einfach die andere Seite. Alles klar. Fragte, wer die nette Dame ist. Achso. Doch, ich bin voll nett. Eigentümlicher Kristall. Ich glaube, ich habe es gefunden. Alter, sieht so aus. Er wirkt, als habe er euch überhaupt nicht benannt. Ja, aber da ist nicht mehr viel übrig. Die Decke ist eingestürzt. Was? Nein. Das kann nicht sein. Zeigt her. Tja, bitte sehr. Der war mit einem Soldaten auch immer hier. Verdammt, verdammt, verdammt. Das ist doch nicht möglich. Scheinbar schon. Was ist jetzt mit meiner Bezahlung? Die bekommt ihr. Das war einfach eine andere Eventualität. Weißt du? Er wäre mit einem Soldaten hergegangen. Oder er matscht mich. Yay, das letzte Fragment. Ich habe das letzte Fragment gefunden. Und jetzt? Wieso klebt denn das noch hier? Das ist ja eklig. Kampfkatze entgegen? Fass, Hexe! Dieser Graufe ist nicht nett. Es gehört gestraft. Theemt, das kleine Wiest, kuschelt jetzt mit mir. Na, bestimmt. Charim tut mir doch nichts. Das macht er doch nicht. Oder? Also ich meine, warum sollte er? Hallo? Ich helfe ihm hier schließlich. Hallo? Hallo, das Eggert! Eggert! Uah! Das bin ich? Au! Was ist das denn? Das war wieder eine andere Eventualität. Alter, ich will das Ding loswerden. Das ist ja voll irritierend. Katzen sind kein Futter. Ist das Lishari? Ist das Lishari? Das ist Lishari. Naja, vielleicht hast du dich auch einfach verdammt nochmal getäuscht. Und dieser beschissene Kristall war nie in diesem Kloster. Schon mal daran gedacht? Er ist hier. Wir suchen weiter. Wie du willst. Wir haben ja alle Zeit der Welt, was? Hm. In einer anderen Eventualität lebt Lishari noch. Schnief. Irgendjemand kämpft hier. Ich wute erst mal. Er ist das Wichtige. Dann können wir ihm helfen. Gut, er hat sich jetzt zurückgeglaubt. Nee, ne? Er kommt jetzt hier nicht zurückgerannt mit den Gegnern. Weiß ich mal schön zusammen, Junge. Ich will hier erst mal lupen. Ternadolch. Wichtiger Seelenstein. Alter. Wir sind ein, zwei Gegner. Ein Fürst der Verlorenen. Gott sei Dank sind die gerade abgelenkt. Wichtiger Seelenstein. Es wird in der Natur. Wichtiger Seelen. Wichtiger Seelen. Wichtiger Seelen. Ich bewege mich hier nicht weg. Das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren. Das macht ihr schön unter euch. Ich kann hier noch jemanden dazu schicken. Da, spielt mit ihm. Oh, verdammt, ich wurde gesehen. Wovon? Oh, das war mein Eis Elemental. Das war vielleicht nicht ganz so klar. Da ist noch ein roter Punkt. Meister. Oh. Ui. Habe ich im letzten Windhof-Update? Nee. Hatte da keine Probleme, glaube ich. Ui, 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 du. Ui, 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 ui. Der hat doch das ganze Schloss hier bedienst. Keller? Ich will jetzt nicht in den Keller, Mann. Hi. Ach, da seid ihr. Und? Ich habe den Kristall, aber es sind da ein paar, sagen wir, seltsame Dinge passiert. In dem Moment, in dem ich den Kristall aufgenommen habe, habe ich Menschen gesehen. Euch, mich selbst und andere, die ich nicht kannte. Interessant. Ich schätze, das waren Szenen aus nahegelegenen Eventualitäten. Der Kristall hat euren Blick verstärkt und euch Elemente davon als Abbilder in unserer Realität wahrnehmen lassen. Haita. Ich habe auch Lishari gesehen. Sie war in der Ruine mit euch. Lishari? Ja, natürlich. Das muss eine Szene aus einer Realität gewesen sein, in der sie das Attentat überlebt hat. Oder in der es vielleicht nie stattgefunden hat. Und ich habe sie an eurer Stadt um Hilfe gebeten, was eigentlich auch mein ursprünglicher Plan war. Reden wir nicht darüber. Dass wir ihren Mörder immer noch nicht gefasst haben, treibt mich in den Wahnsinn. In einer dieser Eventualitäten habt ihr den Söldner, der euch bei der Suche geholfen hat, getötet. Habe ich das? Ah, ich sehe schon, was ihr meint. Ihr zieht daraus Rückschlüsse auf meine Person. Auf mich. Richtig? Ihr lasst es klingen, als wäre das abwegig. Hm. Ist es. Ist es euch bewusst, dass häufig ein kleines Ereignis reicht, um den Charakter eines Menschen permanent zu prägen? Ihr wisst nicht, was dieser Juslan aus der anderen Eventualität erlebt hat. Er ist vermutlich ein vollkommen anderer Mensch. Oder wer weiß. Vielleicht war der Söldner auch ein Halsabschneider. Hm. Jedenfalls müsst ihr keine Angst haben, dass ich dasselbe mit euch vorhabe. Danke. Darf ich jetzt den Kristall sehen? Vier Tage gebraucht, bis die Kiste wieder lief? Benutzerkonto vergessen? Jetzt traue ich mich nicht, sie auszuschalten. Was im Sperrbildschirm nichts annimmt. Heißt, anmelden ist nicht möglich. Oh, uff. Nahegelegene Eventualitäten? Also, Realitäten, die unserer stark ähneln. Korrekt. Na gut. Hier ist der Kristall. Danke. Ich habe übrigens die Legierung. Etwas ramponiert. Aber das sollte sich richten lassen. Hi, Suna. Faszinierend. Ein Jammer, dass wir ihn verbauen müssen. Gut. Das wäre erledigt. Ich bringe den Kristall nach Ark und werde ihn dort in ein sicheres Behältnis geben. Hier. Das habe ich vorhin gefunden. Eure richtige Belohnung bekommt ihr noch. Aber ich kann damit nichts anfangen. Ihr vielleicht schon. Ich werde ein paar Tage brauchen, um den Weltenwandler zu rekonstruieren. Vorausgesetzt, ich finde einen fähigen Metallurgen und einen Steinmetz. Ja, von hinten geht es ähnlich. Treffen wir uns in zwei Tagen im Schlagloch. Das ist eine Art Arena in der Unterstadt. Falls ihr noch nie da wart. Mir geht es ähnlich. Gut. In zwei Tagen im Schlagloch. Gut. Bis dann. Ja, ich habe da auch so meine... Naja. Nun. Da war er weg. Ähm. Was hat er mir denn jetzt gegeben? Kielanas Geheimnisse. Gletscherbombe Stufe 2. Werft eine Sternenlängsbombe aus flüssigem Eis, die 160 Frostschaden zufügt und sie für 4 Sekunden einfriert. Eingefrorene Gegner können zerschmettert werden. Kostet einmalig einen Erinnerungspunkt. Ah. Interessant. Interessant. Ach nein. Das kann ich nicht. Ja, ja. Ist gut. Ich kann das nicht. Hallo Vorarbeiter. Moin. Alter. Die Bücher hier. Übel. Jetzt gucken wir uns hier aber noch ein bisschen um. Wir haben ja hier noch ein bisschen was zu erkunden. Ein Trager. Das war es ja. Ich erinnere mich. Wir haben den Keller noch. Und wer weiß, was hier noch alles kommt. Hi. Darf ich mir das hier nehmen? Danke. Ich würde auch kurz in die Schatulle gucken wollen. Was ist das? Hm. Oh, da. Irgendwo da. Meisterthronen sind halt echt der blanke Horror, wenn man es nicht geskillt hat. Äh, noch arbeiten, denke ich, Vorarbeiter. Nur weil ich, äh, weil ich Urlaub habe, heißt es ja nicht, dass Strauchy Urlaub hat. Leider. Kannst du nur lokale Konten? Kannst du nur vorsitzhalber einen anlegen. Was ist Urlaub? Was ist Urlaub? Ja, oder? Vorarbeiter? Ja, kann ich, kann ich verstehen. Es ist, äh, anders. Hier geht's zurück in die Hallen. Hier auch. Okay. Sionischer Splitter, Stufe 3. Nee, hier geht's nicht in die Hallen. Hä? Ach, hier geht's hier wieder runter. Oh, ist das verwirrend hier. Hallo, Eugene. Kannst du den Tag raupe beim Looten zuschauen? Naja, ich muss ja, also ich muss ja arbeiten, ne? Morgen wieder, ganz normal. Ach, hier. Was ist denn? Ist immer noch nicht lang gegangen. Ich muss die restliche Woche dann wieder normal arbeiten. Da kann ich dann erst wieder wie immer streamen. Das war heute nur eine Ausnahme, ne? Nicht komplett Urlaub. Das wär schön. Okay, das war das hier. So, hier hat auch Urlaub. Das Geschehen noch Zeichen und Wunder. Was soll denn das heißen? Oh, verdammt, ich hätte schleichen sollen. Da ist ein Obereier. Das ist bestimmt nicht alles hier, oder? Der ist ja mit Sicherheit nicht alles hier. Verpennt dann beschlossen, ganz zu Hause zu bleiben. Ach, auch schön. Wenn sie sich sowas erlauben kann, dann geht das ja nicht. Okay, da war er dahin. Na, Gott sei Dank. Juppei! Juppei! Lysander... Lysander Riel? Lysander Riel? Ist das richtig? Danke für den Sub und herzlich willkommen bei dem Vorschraubmach. Sie sind in deiner eigenen Gummizelle ganz doll gemütlich. Viel Spaß beim Zuschauen. Viel Spaß in deiner eigenen Gummizelle. Und besuche die Gemeinschaftsräume. Trage dort aber stets ein Lasses Handtuch zur Verteidigung bei dir. Danke für... Vielen lieben Dank. Sonnenbrand, das zählt, glaube ich, auch als Urlaub. Sonnenbrand zählt als Urlaubstürchen. Silber, danke für den Follower. Tiana-Pfeil. Tiana-Handschuhe. Ich finde es hier gruselig. Kann ich mir nicht vorstellen, dass der Obaya hier alles war. Da geht es zur Bibliothek. Alter... Oh, Gott sei denn. Oh, der hätte mich bestimmt instinkt getötet, wenn er mich gesehen hätte. Der Archivator. Ach so, hier! rafst du in der Mitte? Ach so. Ach so? Schönes Bild, ja, 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 schönes Bild, ja. Hallo! Hallo! Ich bin nötig da einen Schlüssel, oder halt diesen Hebel, den man benutzt. Total geart. Na, hier geht's wieder raus, warte mal. Ich will ja jetzt noch nicht... Moment! Ich hab doch nicht alles gesehen! Zahnarzt zurück, diesmal war es ein Avengers-Trailer, nicht die Vikings-Werbung. Na, immerhin! Baby Kira. Immerhin Abwechslung! Wo geht es hier hin? Nirgendwo hin? Hier ist gar nichts? Okay. Warte, und dann hatten wir ja noch die Bibliothek. War ich da schon? Das ist ja die Frage. Gehen wir mal kurz gucken. Ähm. Nee, hä? Jetzt bin ich... Warte, jetzt bin ich verwirrt. Bin das nicht hier lang? Doch, das ging hier lang. Gerade angekommen. Sehr schön. Sehr schön! Na genau, hier waren wir ja. Dann wieder... Warte, dann gehen wir wieder da rein und den Talgard raus. Und gucken mal. Vielleicht gibt's da irgendwas. Ganz krass ist... Krass, krass, krass. Oh. Bitte tu mir nichts. Nein, nein, nein. Andere Richtung. Geh weg! Gott sei Dank nur einer. Die ganze Zeit, keine Zeit, Streams zu gucken. Ja. Das stimmt. Sind hier nur die Waldtüren zu tun und sonst nichts? Ha! Von wegen. So, jetzt schnell weg. Tja, Kanistenfieber hier. Voll fies. So. Ist da sonst noch was in der Ecke, bevor ich hier verschwinde? Oder? Ein verdächtiger Erdhaufen. Gefährlich. Buch 7. Das kennen wir doch auch schon. Mir fehlt nur noch ein Buch vom Schlechter. Hör doch eins! Mich wundert ein bisschen, dass man hier keine Seele gefunden hat, ne? Also Talgard hätte ich irgendwie... Ist doch eigentlich prädestiniert dafür, hier eine Seele zu finden. Black Knight, Hallöchen. Das ist Enderal, eine Total Conversion für Skyrim. Bedeutet im Prinzip, sie benutzen die Engine, haben aber ein völlig eigenes Spiel draufgezümmert. Was nichts mit die Elder Scrolls zu tun hat. Ich muss da zu kuscheln, als ich zurückkam, direkt auf Welcome. Also unsere Katzen waren sehr kuschelig. Sehr, sehr kuschelig. Als wir zurückgekommen sind. Hallo da, Pichler! Sieht nur so ähnlich aus. Naja, das liegt daran, dass sie die gleiche Engine benutzen. Das liegt daran, dass sie die Engine benutzen. Deswegen sieht es ähnlich aus. Ähm... Sieht so gut aus. Schnieke. Sehr, sehr schnieke. Ella, ich habe hier aber jetzt nicht eine Seele übersehen, oder? In Talgard. Hier so, hier hinten so. Hier so. Nein, hast du nicht. Okay. Gut. Dann bin ich beruhigt. Dann bin ich ja beruhigt. Gibt es Drachen? Ähm... Einen. Nur nicht genau da. Nein, ich glaube generell... Also hier so hinten haben wir eine... Wir haben eine Seele geholt. Ich glaube hier irgendwo. Gräberpfade. Ich glaube hier drinnen haben wir eine Seele geholt irgendwo. Aber wenn es hier keine gibt, ist es okay. Gut. Das reicht mir dann schon. Also einfach. Wir könnten mal ganz kurz hier so dem Weg weiter folgen. Vielleicht ist ja hier hinten noch... Ne? Je mehr ich spoil... Je mehr spoil ich auch erstmal nicht. Achso, ja. Alles gut. Ich habe ja gefragt. Ich habe ja... Ich wollte ja... Nicht, dass ich hier was übersehe und mich dann ärgere. Weißt du? Ich weiß ja, wie es ist. Ich will hier drinnen hocken, ne? Eine Currywurst mit Pommes, bitte. Darf ich jetzt richtig hier hinten raus? Ja. Ja. Mal wieder ein bisschen vorsichtig tun. Wir waren hier hinten noch nicht. Nicht, dass mich hier gleich was anfällt. Ist gerade das neue McDrive... Ja. Naja, eher das alte. Das war das alte Talgard McDrive. Das hat leider geschlossen. Aus unerklärlichen Gründen. Alter, gab es nie eine Stellungnahme des Besitzers. Ha! Seid ihr ein paar Miese, ey. Es ist ja... Fasst man's denn? Im hintersten Eck... Darf auch mit Schaf? Nee, bitte nicht mit Schaf. So. Aber wo nicht viel los darf. Ein bisschen Respekt vor dem Ort. Geil, der Zwiebel. Ich muss noch fahren. Ist das jetzt eine Statue, die da vorne steht, oder... Das ist ein Fels. Alles klar. Die Lichter sehen halt schon geil aus, ne? Sieht sehr schön aus. Mit Mayo? Ja, mit Mayo, bitte, ja. Das sind 300 Groschen. Lieber bei Burger King. KFC oder Subway. Geissen ist wahrscheinlich, ja. Der Arme muss da zumachen. Tja, machst du nix. Kannst du auch nicht helfen, ne? Nun ist vorbei. Der Weisheitszahn gezogen. Au! Au! Musste das gemacht werden? Hattest du Schwierigkeiten mit dem Weisheitszahn? Oder haben die es einfach nur gemacht, weil Ärzte das nämlich so gern machen? Können wir auch zum Pool in der Nähe? Oh! Alter, du hast mich echt erschrocken. Sitzt du hier nicht einfach so? Mann, ey. Junge. Wirkt der Nächste. Einfach nur vorsorglich. Kann ich leiden. Das kann ich leiden. Das ist wieder so typisch. Vorsorglich. Weiter jetzt Dinge ziehen. Money, money, money. Ja, so sieht es nämlich aus. Absolut sinnlos, ey. Ich seh, die duzen nicht. Das ist kacke. Ich hab eine scheiß Position ausgesucht. Auch Zahnärzte müssen leben. Hm. Können sie da vielleicht was anderes machen? Da haben wir es alle vier auf einmal gezogen. Es sah drei Wochen aus wie der Pate. Alter, nicht ein Mönch. Ich bin wieder so ein kacken Mönch, ey. Oh Gott, ey. Au. Müssen die gezogen werden? Nö. Weisheitszene müssen nicht gezogen werden. Und man sollte das eigentlich auch nur dann machen, wenn es Probleme mit dem Weisheitszene gibt. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ah, stimmt. Der stille an der Wächter ist ja hier. Das hab ich vergessen. Alter, nein. Geh weg, Uf. Hau ab. Wenn der Hund einfach fällt, Uf. Hau. Hau. Komm hier jetzt. Dude. Ne, weißt du, was wir auch machen können? Ähm. Hier. Ich kann den da nicht beschwören, toll. Aber da. Hä? Unter anderem schief drunter, haben drei Jahre Spange getragen, zunichte gemacht. Alle schief von hinten nach vorne, haben alle anderen Zähne verschoben. Ne, das ist in Ordnung, genau. Das ist halt ein Grund, ja. Das ist ein Grund. Da verstehe ich's. Aber ich kann's halt überhaupt nicht nachvollziehen, wenn das Zahnärzte vorsorglich machen. Na, könnte ich ausrasten. Hallo? Könntest du das Vieh jetzt mal rufen? Wieso geht ihr denn das nicht? Seit wann? Das geht einfach nicht. Das ist ja ganz toll. Da hinten liegt er. Nach vorn. Ich krieg dich klein. Das war er. Der stehlerne Wächter. Wollwerk des Himmelsstürmers. Schlechter von Abbruch 9. Ein Kürbis? Das sind, äh, Lampen. Das ist kein Kürbis. Das ist Sternungstechnologie. Das sind Lampen. Die Abscheulichkeit ist nur zum Posen. Ach so. Damals auch nicht gesagt, dass die Weißheizzähne mit spätestens 18 raus sollten. Schwanger ist im Nachhinein sinnlos. Weißheizzähne sind aber trotzdem mittlerweile raus. Hatte da aber keine Probleme. Das ist ein Räumiger Rucksack. Klick. Klar wurde das geklippt. Natürlich wurde das geklippt. Ich möchte dabei nur erwähnen, dass sich Sando neben mir genauso erschrocken hat. Was? Ja. Jetzt tu nicht so. Genauso zusammengezuckt. Bin ich Angel, ja. Bin ich. Ich hoffe, du bist auch gut zu Hause angekommen. Powerclipper. Das stimmt wohl, iPhone. Stimmt wohl. Haha. Er hat sicherlich nur gezuckt, weil du so gezuckt hast. Ne. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Nur kurz Berlin draußen zu schlechten Verkehr, ne, bei uns ging's echt. Also die ganze Fahrt einfach frei. Kann ich mich nicht beklagen. Ich höre eine Seele. Irgendwo hier ist definitiv eine Seele. Stunde in der Sonne sitzen, ist auch echt anstrengend. Was? Wieso ist das anstrengend? Hallo, Tommy. Kommt bei Pärchen so über die Zeit. Das gemeinsame Zucken. Ist heute Montag? Ja, ja, heute ist Montag. 113,5. Uh, das sind vielleicht ein paar viele. Ich bin des Todes. Scheiße. Ist ja das nicht mehr aufgeladen. Oh, Mann. Alter. Das geht so nicht. Das geht so nicht. Wo muss ich hin? Wo kann ich weglaufen? Wuhu. Au. Hey. Oh. Die sind ja alle noch da. Verschwindet. Geh weg. Mutti. Weg, 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 weg. Nehmt den Eis-Elementar. Verschont mich. Scheiße. Ah. Das gibt's ja nicht. Die sind viel zu stark. Ah. Aua. Lass das. Geh weg. Wieso rennen die einem denn so ewig lang hinterher? Das gibt's doch nicht. Verschwindet. Oh. Ja, Tumaya Hissa. Oder so. Verdammt. Jetzt hab ich mir hier aber eine ganz blöde Ecke ausgesucht. Ich bin nicht hier. Ich bin nicht hier. Schatz. Also, ich bin nicht hier. Ich bin nicht hier. Toskapu, Hallöchen. Eieieiei, du... Die machen ganz schön Aua. Das ist nicht jetzt weg. So weit weg können wir da noch gar nicht sein. Hä? Was da? Ich sag dir, so unendlich weit weg kann er noch nicht sein. Huh. Oh. Die sind echt heftig. Letzte Zeit zu viel Assassin's Creed gespielt. Ich hab grad immer gedacht, kletter doch Raupel, kletter doch! Schwierig. Waren das nicht viel mehr? Das waren doch viel mehr, das waren doch nicht nur drei. Oder sind mir nur drei nach unten gefolgt? Das kann natürlich sein. Dies wäre denkbar. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Da waren sie grad direkt wieder. Da haben sie direkt wieder gesehen. Oh, fuck. Ich geh mal sofort den Eis-Elementar. Naja, gut. Okay, wenn die hier direkt ins Eck starten, versteh ich das. Was? Hast du das oder was du hier? Ja, gut. Ja, gut. Das ist lieber Stahl, doch nicht. Ja, gut. Zack. Boom, Headjack. Waren das alle hier? Gott sei Dank. Moin, Andreas. Ich glaube, ich warte lieber noch so 10,20 Level. Ja, das Gebiet ist echt ein bisschen, ein bisschen sehr, sehr krass. So vom Schwierigkeitsgrad. Hoi, 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 hoi. Oder 30. Oder 40. Ja, na, irgendwie so halt, ne? Ey, wir wären jetzt Stufe 57. Apropos, ich sollte maskulieren. So, dann nehmen wir doch den da unten mit. Äh, nein, nicht die Sternlingsspinde. Ganz oben, hohes Geschick. Hallo? Boah, das ist aber auch nett. Gut. Also doch eher 30, 40. Nun. Rechtecks. Das ist hier, äh... Das ist schon knackig, ja. Das ist jetzt ein Sekündchen zu spät umgedreht. Oh. Ich höre eine Seele. Ich höre eine Seele. Du bist vermutlich hier, ne? Kleine Seele. Schauen wir doch mal. Hallo, namenlose Seele. Stufe 5. Nicht schlecht. Das ist halt die Frage, was das denn kann. Aber das kann man ja noch rausfinden. Was ist denn hier los? Hier wird ja gestreamt. Aber, aber, aber es ist doch Montag. Hallo Lars. Ja, da guckst du, ne? Ich hab da frei heute. Und da es schon am Wochenende keine Streams gab, weil ich ja mit dir auf der TwitchCon abhängen musste, dachte ich mir, machen wir Montag. Weißt du? Weißt du, Lars? Verstehst du? Du bist schuld. Hörchen im Urlaub? Hat der mal eine Karte oder so geschickt? Ja. Ja. Ja, er lässt euch übrigens auch alle nett grüßen. Hörchen lässt alle ganz freundlich grüßen. Hier kommt man, glaube ich, nicht rein. Habe ich das Gefühl. Kleidet das Problem, mein Lieber. Hä? Hä? Äh, weil ich das dann. Will man da hin? So, sowieso immer und überall Schuld. Ja. Das ist schön, dass du das verstehst und auch so einsiehst und akzeptierst, dass das so ist. Ja. Finde ich gut. Das zeugt von Charakter. Das Sonnenfeuer. Lebt hier was in der Umgebung? Hallo? Da scheint irgendetwas zu sein. Oh, fuck. Kann ich so nah ran? Kann man jemand den Gegner hier vorholen zu mir so? Zu mir so? Hallo? Ich bin da unschuldig. Welch Glück. Wobei du ja eigentlich Mitschuld trägst. Mit dir habe ich schließlich auch gequatscht. So, was ist denn da jetzt? Die kämpfen da gegen irgendwas, aber hier ist halt das Mat Aua. Warte mal, ich muss sie mal zurückholen hier ein Stück. Das ist nicht gut. Wenn die sich damit was anlegt und ich das nicht sehe. Ich habe es kurz vor, Ilan sehen. Was ist das denn? Eine Kristallwitte. Das ist ja noch nie gesehen. Das ist ja abartig. Das ist ja abartig. Das ist ja abartig. Huiuiuiui. Ich kriege hier immer noch Damage? Nein. Also, nicht Damage, aber halt Fieber. Ich dachte hier hinten nicht mehr. Wie mies. Okay, das ist das. Das. Kriege ich hier jetzt keins mehr? Oh, Gott sei Dank. Mal ein Prosia reinzündeln. Kommt man hier in diesen Turm? Irgendwie? Oder war hier nur... Hier war nur die Kristallwitwe. Okay. Gut, dann... können wir ja hier wieder weg. Uh! Ich hoffe, ich habe hier jetzt nichts übersehen. Krass. Das Sonnenfeuer. Ja, aber ich glaube nicht, dass ich die Leiter benutzen kann. Ella, habe ich was übersehen? Nein, okay. Auf die namenlose Seele bin ich echt gespannt. Können wir schon gucken, was die kann? Also, sehen wir das anhand der Seele? Namenlos. Ne, sehen wir nicht. Schade. Ella ist wie Siri. Nee, zumindest wenn es um Enderreihe geht. Zumindest wenn es um Enderreihe geht, kann ich mich da ganz gut, äh, kann ich mich da ganz gut auf Ella verlassen. Talga hat Residenz-Hall. Habe ich ein bisschen Panik. Guck mal mal. Boah, wie hübsch. Aber halt leider viel zu hell, das mag ich nicht. Weich gefällig ist nicht aus, was soll. Ich will auf mich gewirkt, wenn ich davon ausgehe, dass du viel tollerer bist, als so ein dämliches Programm je sein könnte. Ja. Ja. Viel Spaß da drin. Wat? Was soll denn das heißen? Hallo? Ich habe ein Gefühl. Sag doch sowas nicht. Ich weiß, was dich da erwartet. Hihi. Hihi. Ich sehe so in die Richtung. Voll übel. Benötigt eine Schlüssel. Ja, schon wieder leiden. Das ist ja eine Ratte, oder? Was sehe ich da? Ich sehe die da. Boah. Yay. Cool, Ella. Das ist cool. Das freut mich. Das freut mich sehr. Das freut mich sehr. Ich sehe. Das ist wie wieder zu Ende der Augen. Ich sehe sie. ог bis dahin. das machen. 맞아 ich eher gar nicht. Meכול, dass sie das ist dieilstromacy. Ich sehe sie. Das ist echt. Dann lass uns machen. Ich sehe sie. Ich sehe... Ich versuche sie. Das sehr graf. So was von geil. Ja, oder? So im Garten machen die sich bestimmt richtig schön. Die sind wirklich richtig schmuck. Oder halt in etwas kleinerer Form auch im Zimmer. Also auch in einem Raum, aber so groß. Das wäre dann vielleicht für so ein normales Wohnzimmer etwas too much. Aber sonst sind die echt richtig schön. Finde ich auch. Jetzt dachte ich, der läuft da weg nach rechts. Nee, macht er nicht. Was ist denn das für ein Trottel? Geht doch. Hier ist wie ein bisschen Zunge, würde ich meinen. Das einzige Weg führt auch da lang. Es sieht so gut aus. Also ich muss mal ganz kurz momenten. Moment, Moment. Mal ein bisschen hoch so. So in der Art. Mal ein bisschen hoch so. Ein Fass mit Einzelteilen. Schlüssel nach Talgard. Hier ist es auch wieder so windig und ich wette auch hier soll das nicht so sein. Achso, das war einfach nur die Stelle, wo der drauf rumgelaufen ist. Das ist jetzt also nichts weiter. Okay, dann wieder nach vorne und den Schlüssel benutzen. Jetzt, wo wir den Schlüssel haben. Dort war es zum Beispiel bei mir nicht windig, weil es auch nicht windig sein soll. Das ist halt einfach ein Bug. Nächste. Neuladen, Ruhe. Game-Optimierung? Achso. Oh. Das geht doch auf. Das geht doch irgendwie auf, das hier. Nur wie? Huhn. Eine Schale Süßkartoffelpommes wird einer kleinen Schale Tzatziki-Edge. Hm. Nice. Mama makes you cry. Kein Gegner hier. Das wirkt für mich komisch. Das fühlt sich falsch an. Wie geht das da auf? Oder man kommt da später raus. Das kann halt auch sein. Quartiere. Hm. Hm. Komm nicht zu mir! Nein, 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 nein! Nicht hierher, komm! Ich bin gar nicht da! Ich bin unsichtbar. Was sag ich denn? Blutiger Schädel. Die Geburts nehmen wir mit. Ich mag mir ja gar nicht vorstellen, wie das hier gewesen wäre, wenn ich hier früher hingekommen wäre, echt. Ich meine, die machen ja selbst jetzt, wenn die mich sehen, so unfassbar viel Schaden. Offenbarung, kennen wir das schon. Ich weiß es nicht. Doch, vier. Mir fehlt halt echt noch ein, der schlechter von Argo. Das macht mich auch so ein bisschen wahnsinnig. Wahnsinnig! Neh, mal nicht schuppen, bitte. Jetzt habe ich diese blöde Amphora eingesammelt. Na, toll. Raus. Meine. Boah, ist ein Minimum drei da, oder? Okay. Abbeiß? Schöne Feuerstelle. Schick. Wie beim Jammerk. Jeder Schuss ein Treffer. Ja. Ich würde mega die fetten Preise abräumen. Würde ich. So. Mührabenhalle. Lass hier bitte kein lebenden Myrathen sein. Da ist ein Sonnendud. Da ist jetzt hier noch kein Myrathen. Hier ist man da im Untoten Verfluchten. Das ist nicht besser. Okay, der tut es nicht alleine. Gut. Ein wenig Schattenstahlerd. Drecken hier. Diese ungesunde Haltung. Wehe, wenn jetzt hier so ein Skelett-Myrathen aufsteht. Hier aber sowas von raus, du. Höhen? Alter. Rockt da einer? Der ist doch bestimmt nicht lieb. Das war ich doch. Urtas. Nein, 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 nein. Ich bin nicht da. Schlecht, wenn man einen sieht, ja? Deswegen gehe ich immer schön in die letzte Ecke. Urtas. Alter. Alter. Das ist schon sehr, 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 sehr hübsch. Nicht schlecht, Urtas. Das hat ein Sterntor dabei. Bitte. Zimmerstreckbank passt auch gut zu Enderalen so. Das stimmt, ja. Das würde sehr gut passen. Füngerchen, auch ein Stück Kuchen. Ich glaube, ich gehe mal zum Bäcker um die Ecke. Ich muss noch Platz lassen. Ich muss nachher noch Lasagne essen. Und die Verzauberung finde ich nicht so gut. Nee, die ist tatsächlich nicht so geil. Kuchen geht immer. Aber ich will nachher noch Lasagne essen. Sonst würde ich jetzt mir noch fett ein Stück Torte reinzwängen, aber ich will nachher echt noch richtig fett Lasagne essen. Das ist bis jetzt nur ein Schoko-Croissant. Ich hatte ein halbes Sandwich. Und ein Stück Torte bis jetzt. Aber der Dude hat es sich hier schon ganz schön, also schon gemütlich gemacht, ne? Schon mal? Also es wäre mir vielleicht ein bisschen... Also ich frage mich ja, wie viel der hier so an Heizkosten bezahlt. Der den Raum warm halten will. Das könnte schwierig werden. Die letzten 30 Minuten. Das stimmt doch gar nicht. Dream Anime. Lüge. Frechheit. Frechheit. So. Aber dann... Ach, das war es dann hier auch sozusagen. Ich glaube, oder? Talgard. Wird es das ja dann gewesen sein. Krass. Aber wie kommt man denn... Nee, da vorne waren doch noch diese... Diese Porträts, wo ich nicht so ganz wusste, wie man da dahinter kommt. Ich dachte, man kommt da irgendwie hinter die Bilder quasi. Und den Quartieren oder so war das doch, glaube ich. Mal auf die Map gucken hier. Miradenhalle. Da geht es ja einfach nur wieder zurück. Ich dachte halt mal, würde ich hier noch dahinter kommen. Das sieht halt echt so aus. Hier so vor allem. Tja, geht wohl nicht. Das ist ja voll gemein. Geht das wirklich nicht, Ella? Oder habe ich einen Hebel übersehen? Nee, geht wirklich nicht. Okay. Freunde, woher alles rausgenommen? Baddimmt's, iPhone. Baddimmt's. Tja. So ist das. Geht wirklich nicht gut. Und dann war der Dude jetzt zum Schluss eigentlich sonst total schwer, oder wie? Wenn man jetzt nicht so ausgelevelt ist, höchstwahrscheinlich. Der ist bestimmt hart, wenn man nicht... Wenn man nicht High-Level ist. Bestimmt ordentlich Aua. Hallo, Chris. Feuer anrufen und dir eine Liste schicken, was du brauchst. Entweder hast du dann heute Abend alles oder keine Freude mehr. Baddumm. Und hier kommt man nicht rein? Schade. Okay. Dann haben wir Talgard, aber auch... hier hinten... den krassen Schritt gesehen. Dann... benutzen wir Rückkehr. So, wir konnten hier noch einen richtigen Safe stellen. Talgard. So. Dann geht's nämlich ab, zurück nach Ark. Puh. Die wird mir was husten von wegen Kuchen kaufen, aber Kuchen. Wieso nicht man? Nein! Hat niemand gesehen? Was ist denn? Backe ich lieber selber, da weiß ich wenigstens, dass es ja gut ist. Ja, aber es gibt so geile Torten da draußen. So geile Torten. So. Kommt definitiv in die Kiste, der wird definitiv nicht verkauft. Das Garak-Set müssen wir jetzt auch definitiv voll haben. Okay. Das hier packen wir mal weg. Das kommt in die Kiste, das auch. Das können wir verkaufen. Handwerkskunstmeister kommt auch erstmal in die Kiste. Alchemie-Experte kommt in die Kiste. Da drauf. Donauwelle, Schwarzwälder, Schwarzwälder Kirchland, oh. Ach nee, alles gut. Schwarzwälder Kirchland, so ziemlich alle backen. Äh, also ich hatte heute, heute hatte ich eine geile Marzipantorte, Tass. Mit Sahne und noch so, also Mandelsplittern und Schokobällchen drin und so. Also, das haben wir aktuell da. Ja. Nom. Nom, nom, nom. Ich frag mich echt, also ich hätt gern, ich hätt gern eine Anzeige, wie viele Items ich insgesamt in der Kiste habe. Das ist nur so eine Anzahl, so wie viele tausend Items in der Kiste sind. So. Ähm. Ähm. So, das sind die ganzen Zauberbücher. Äh, da ist aber jetzt kein ganz seltenes dabei, oder? Ähm, ich glaub nicht. Das sind alles welche, die wir schon kennen. Alles gut. Ähm. Die Statistik des heutigen Streams, dann gibt es einen riesigen Ausschlag von Anzapp. Weil es rauf vorgeschwärmt hat, wie gut die Marzipantorte war. Sie einfach in die Kamera gehalten hat. Ja. Die war halt auch gut. Und dann krieg ich nachher noch Lasagne, ne? Also heute ist wirklich ein guter Tag. Ein sehr guter Tag. Für Raufesbäuchli. Ist eine Marzipantorte erschaudert? Klar. Voll gut. Gerne eine backen und Bilder reinpacken. Aber von Bildern weiß ich nicht, wie sie schmeckt. Kannst du sowas echt... Krasser Schütt. Eine ganze? Nein, ich hab nur ein Stück gegessen. Ein Stück hab ich gegessen. Ich hab doch keine ganze Marzipantorte gegessen. Hallo? Also nicht, dass ich das nicht schaffen würde, aber... Das muss ja nun nicht sein. So, wir können ja mal... Meine Meinung will ja keiner hören. Eine ganze Stück, also. Gegessen jetzt oder gebacken? Warte, worum geht's? Ich komm nicht mehr mit. Äh... Talisman schaffen. Mal gucken. Hier der unbekannte... Verunglückterer da ihm. Namenlose Seele. Beschwört eine längst vergessene Erscheinung. Stärken. Fernkampfleichterrüstung. Schwererrüstung. Oh, nice. Das hier ist gut. Mal ganz kurz ein Bild davon, was ich brauch. Auch. Brauchen dann nämlich wieder ein paar Sachen. Sekunden. Zack. Ein Bild gemacht. Mächtiger Seelenstein gefüllt. Gut, wir gucken jetzt erstmal. Ein mächtiger Seelenstein. Das dürfte ja nicht das Problem sein. Seelenstein. Mächtiger Seelenstein. Was da drin ist, ist ja egal. Mal... Allgemeiner. Hier. Das ist so eine ganz krasse Seele drin. Ähm... Wegestreuenbogen. Warte. Wegestreuen... Toll. Ich hab wieder nur einen Wegestreuenbogen des Frostzorns dabei. Ich hab auch nicht zufällig einen gefunden. Toll. Das ist ja super. Ähm... Ein Pulverfass müsste man aber haben. Pulver... Wir haben keinen Pulverfass. Ach Quatsch, jetzt guck ich wieder. Pulverfass. Gerade die Tür auf. Afka versuche ich die bessere Hälfte zum Kuchenkauf zu überreden. Ich drück fest die Daumen. Ich drück die Daumen, iPhone. Äh... Geistertuch und Knochenmehl. Geistertuch... Und Kanochenmehl. Oh, nicht so viel. Bist übertrieben. So. Das heißt, ich muss jetzt noch irgendwie einen Wegestreuenbogen besorgen. Oder craften. Warte mal. Können wir den vielleicht craften? Wegestreuen... Den können wir natürlich ausgerechnet nicht. Jeden anderen Scheiß. Ja, wegestreuen Dolch, die Handschuhe, den Harnisch, den Helm, die Kriegsaxe, die Schlachtaxe, das Schwert, die Stiefel und die Streitkolben, aber nicht den Bogen. Ja, wegestreuen... was das ist, dass wir nicht so viel machen. Wir müssen die Schuhe, 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 die Schuhe. Die hier könnte sowas haben. Die, 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 die. Der hat den nicht... Ich lasse ihn mal ganz kurz zu ihrem Platz laufen. Vielleicht hilft das. Dass die dann mehr im Angebot hat. Ah, willkommen, willkommen. Dies und das. Schaut einfach selbst. Ein bisschen Scheiß verkaufen. Ähm... Oh, fuck. Jetzt hab ich die ganzen... Eine ganze Krankheitstränke. Also Heilungstränke verkauft. Vielleicht auch nicht so gut. Ah, nein. Habt sollt. Oder sie hat einen Bauplan. Ja, das könnte halt auch sein. Nein. Nein. Hat sie nicht. Sie kriegt einen Krampf, ne? Naja, ich guck da gleich noch am Markt. Vielleicht eher... Vielleicht hab ich bei dem Glück. Oh, das ist echt... Das ist schon wieder belastend, du. Möge sein Licht euch leiden. Prost, Amazon, wenn man's braucht. Mhm. Das frage ich mich auch immer. Ist ja schon offen. Ja. Hi. Ja? Natürlich. Bitte. Nee. Auch nicht. Das ist schon echt... Das ist richtig... Das ist richtig, richtig krasses Pech, ne? Gibt's schon nicht, ey. Der hier vielleicht? Weil der eigentlich... Fester Stab. Alles für den wegestreuen Kampf. Weil der nicht so Bögen hat. Aber der hat das Rezept. Der Dude hat das Rezept da immerhin. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Danke. Macht das, Heiner. Viel Erfolg. Guten Loot. So, was brauch ich denn? Ah, das steht nicht da, oder? Das steht ja nie an den... An den Bauplänen selbst dran, glaub ich. Ja. Leider. Da musst du ja immer dahin gehen, wo du es dann herstellen kannst. Das ist immer dasselbe. Alles frisch von der Baupläne. Das ist wieder die Frage. Wo kann man das herstellen? Schleifstein ja nicht, ne? Nee. Kann ich nur verbessern? In der Werkbank? Nee. Kann ich auch nur verbessern? Geh abgestellt ist wahrscheinlich auch nicht. Warte mal. Ah, da muss ich wieder rüber, oder? Das hab ich doch hier gar nicht. Das kann ich doch hier gar nicht. Da muss ich ins... ins Dingsviertel. Fremdenviertel. Das geht bestimmt wieder an der Schmiede. Denn wie jeder weiß, fertigt man einen Bogen an einer Schmiede. Das sag ich doch. So. Das kann ich mir nicht merken. Da muss ich mir wieder ein Bild machen. Das ist ja viel zu viel. Da brauchst du ja hier eine Tonne. Bilder haben wir. So. Genauso gesagt, an einer Holzschmiede. Was brauche ich? Ich brauche Lederstreifen. Zwei Stück. Dann brauche ich zwei Schattenstahlbarren. Zwei. Fünf Einzelteile. Einzelteile. Holz. Stahlbarren. Und Mondstahlbarren. Holz. Gott sei Dank nur eins. Viel mehr habe ich nämlich auch nicht. Stahlbarren. Ne, nicht Schattenstahlbarren. Stahlbarren. Oh, jetzt habe ich... Na, ist egal. Dann haben wir zwei. Und Mondstahlbarren. Moin, Kuma. Mond... Da habe ich das nicht. Mondsteinbarren heißt das Zeug. Oh. Oh. Holzbarren. Holzbarren. Die Stahlseen für den Bogen kommen. Natürlich. Sigmorle, du hast so... Du hast so recht. So recht. Haben sie gesagt. Blühende Landschaften, haben sie gesagt. 1500, was? Einzelteile? Ja. Wir haben schon ein bisschen gesammelt. Wir haben schon so ein, zwei Einzelteile gesammelt. So, gut. Wegesräumen Bogen haben wir. Dann können wir jetzt auch endlich... Äh... Dann können wir jetzt auch... Wo geht's denn hier jetzt raus? Das Ding fabrizieren hier. Der Dings... Weißt du, was ich meine? Brot kostet jetzt unser unvergleichliches... Meidam. Mein Platz? Mhm. Ja. Das Amulett. Ohne Schmiede ein Bogen... Schaft aus 200-fach gefaltetem... Damascener Eibenholz herstellen. Also bitte. Du hast natürlich absolut recht, Koana. Ich kann's immer noch... Du hast absolut recht. Talismanschaffen. Habe ich jetzt nicht alles dabei? Mächtiger Seelenstein. Gefüllt. Ich hab doch noch einen mächtigen Seelenstein gefüllt dabei. Oder muss der mit einer mächtigen Seele gefüllt sein? Mächtiger... Seelenstein. Ich hab aber nur hier mit großer Seele. Ich hab jetzt nicht gefüllt mit... Äh... Anderer. Mit mächtiger hab ich nicht. Alles Mannschaften. Oh, Gott sei Dank. Groß reicht. Huh. Kuba, danke für den Reset. Danke für elf Monate. Viel Spaß mit der Zuckerfattemaschine und der Eistruhe. Er gönne dir was Süßes. Dankeschön. Ganz genau, wie mein Großvater immer früh morgens aufgestanden ist, um etwas Eichenholz für den Kamin zu schmieden. Ja. So. Erscheinung im Kampfverhalten. Defensiv bevorzugt Fernkampf. Das war schießend. Oh, oh, oh. Tschetseruk. Rutscht in den Flauschesessel. Kaut trotzig auf Schoko-Cookies rum. Oh, hat iPhone keine Torte gekriegt. Als hätte ich diesen Resetup geplant. Oh, oh, oh. Nur ein Anzeigefehler. Hä? Stand aber nicht. Bei den anderen stand aber nicht gefüllt. Ja, aber da hätte ich vielleicht was anderes gebraucht. Weiß nicht. Oder die anderen waren nicht gefüllt. Kein... Ich weiß nicht. Bin albern heute. Nichts gut. Bogenfachschmiede und des ehrenwerten Eichenholz-Barren-Schmelzers. Mal schauen, Andi. Mal schauen. Wann. Also, definitiv. Ja. Ich kann nur nicht sagen, wann. Weil jetzt kommt ja erstmal Anno. Schwierig. Und da wartet auch noch so... Da warten so ein paar Assassin's Creed DLCs auch noch auf uns. Und noch so ein, zwei andere Dinge. Und da ist... Ja, mal gucken. Ich würde gerne... Warte mal. Ich würde gerne meine aktuellen Erscheinungen... Aktuelle Ausrüstung ausrüsten. Trag kein Talisman. Klar, hatte ich gerade... Ach so. Ich weiß wieso. Anno 1800 ist ja quasi auch retro. Ja, ich finde auch, dass das zählt. So, jetzt trage ich aber einen... Oh nein, 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 nein. Es macht es schon wieder. Gegenstand ausrüsten. Gegenstand entfernen. Würde ich gerne lösen. Ja. So, ich würde dann nämlich das alles jetzt wegnehmen wollen. Der aktuellen. Damit wir das dem anderen geben, oder? Vielleicht ja auch jetzt das Set des Nordens, oder so. Müssen wir mal gucken. Vielleicht gar nicht das Set. Ist eigentlich auch gar nicht mal so geil, was die hat. Es lohnt sich überhaupt nicht, das wegzunehmen. Verlassen. Toll. Arcanistenfieber. Leck mich. Dieser hässliche Bug. Oh, wann kommen wieder LOL-Streams? Ja, das wäre, äh... Das ist... Bogen der Ischian. Ich dachte, ich hätte der sowas gegeben. Aber habe ich offensichtlich nicht. Das ist... Wie fehlen die Schuhe vom Set des Nordens noch. Ist ja ätzend. Ich denke, ich habe die Schuhe vom Set des Nordens. Das ist gemischt. Ja, Injective. Bibi, Wolf. Heutzutage alles, was weder Battle Royale noch Games-as-a-Service-Features aufweist. Ähm... Nun. Das Amulett noch. Können wir noch irgendeinen Ring oder sowas? Das Ring wäre noch gut. Mmh. Mmh. Okay Ich will die Frau noch nicht Alles klar Haben wir dann alles? Ich glaube wir müssen Pfeile geben, oder? Müssen wir Pfeile rübergeben? Ich weiß es wieder nicht So, äh, ausrüsten Du kriegst einmal diesen wunderschönen Bogen Mmmh Hmm... Ich weiß gar nicht, ob die die, ob die die verschießen richtig. Bin ich mir nicht sicher. Oh fuck, so viele sind gar nicht verfügbar, oder? Äh, ich hab nicht so viel Ectoplasma am Knochenmehl dabei, gerade wie ich brauche, um das hier fertig zu machen. Das ist aber nicht cool jetzt! Kann ich das so speichern, irgendwie? Da waren doch die Schuhe des Nordzeits. Ja, aber das sind meine Frankster, die geb ich nicht her. Die geb ich nicht weg. Nee, leider nicht. Das ist natürlich bitter. Weil ich hab das nicht. Und jetzt würde ich gern neu laden, weil ich das nicht okay finde, dass der mir hier ständig das Arkanistenfieber drauf packt. Knochenmehl. Hier, das sollte ja wohl reichen. Ausrüsten. Krieg wieder Arkanistenfieber danach. Nerv! Hä? Hatte ich nicht... Ich hatte doch aber... Ich hatte gespeichert, wo ich das alles aus der Kiste geholt hab. Wait. Moment. Laden. Da ist es doch alles. Alles gut. Mit dem falschen Spielstand geladen, glaub ich. Schawierig. Schawierig. So. Frontpage-Schraubi. Ja, kommt vor. Gerade nicht so, nicht so viel Stream oder so kann das schon mal aus Versehen passieren. So. Das da. Das nicht. Das da. Das da. Und das da. Das Amulett des Jägers. Und den Ring der Präzision. Und noch ein paar Pfeile. Und zwar am liebsten die Eterna-Pfeile. So. Ah. Genügend verfügbar. Spektralisieren. Britz. Sehr schön. Verlassen. Nee, warte mal. Hat das jetzt der richtige Dude bekommen? Ich glaub, das hat grad der falsche Dude bekommen. Shit. Ich hab doch noch den falschen, den falschen Talisman um. Stimmt. Ich hab noch Knochen mehr dabei. Ich hab noch Knochen mehr dabei. Ich hab noch Knochen. Jetzt müsste das grundsätzlich passen, hoffe ich. Jetzt auch den richtigen. Oh, jetzt noch mal. Genüsslich sein Stracciatella-Eis. Das ist ja schmecken. Das da. Eterna-Pfeile. Yeah. So, das da. Das da. Das da. Dies da. Das. Das. Und das war's. Hoffe ich. So, aktuelle Ausrüstung. Sehe ich nicht. Super, danke. Servus, Ingo. So. So, Akanistenfieber schon auf 23%. Nur weil ich hier an das Ding rangehe. Das ist halt so ein bisschen, ne? Das ist so ein bisschen bitter. Und natürlich, Jepprei. Love, Duck. Vielen, vielen Dank für den Reset. Danke für 31 Monate. Endlich wieder zu Hause. Und Streaps schauen. Null. Bist du gut zu Hause angekommen, sozusagen. Danke für 31 Monate. Und... Deine Toilette bekommt... Wird endlich richtig installiert. Und kriegt eine Spülung. Freund, gequatscht. Und eine Cousine am Telefon. Frechheit. So. Rufen wir mal, wem wir da haben. Schneeke. Hallo. So, jetzt gucken wir nochmal wegen der Ausrüstung. Perfekt. Bogen der Ischian. Aber der trägt Wegestreundzeug. Wieso? Wegestreundharnisch und Handschuhe. Aber er ist offensichtlich der Meinung, das wäre besser. Gegenstand entfernen. Noch ein Eterna-Bogen dabei. Tja. Genau das sollst du tragen, mein Freund. So ist fein. Ein Loch in der Socke. Moment. Ich hatte keine... Die hatte keine Spülung. Oh. Das ist erklärt. Joggingoose. Hallo. Habt Schillensauce. Richtig. So. Schön. Geh was essen. Ja, ja. Bald. Gleich. Ja, gibt schon bald Essen. Ich freue mich auch drauf. Freue mich wirklich aufs Essen. So, das können wir wieder reinpacken. Und das können wir auch wieder reinpacken. Ähm. Wundert doch schon die ganze Zeit. Das stimmt doch überhaupt nicht. Lügen. Zweiter Satz klang irgendwie falsch. Was ist mit dem Loch stopfen? Gut. Gut, dann, äh, ja. Ich glaube, das ist jetzt auch der Moment, wo ich... Ne, ich will wenigstens nochmal kurz gucken, ob er das auch ordentlich gesaved hat jetzt. Bevor ich das dann beim nächsten Mal nochmal machen muss. Das, ey, da rastet sich, glaube ich, aus. Wir gucken wenigstens nochmal ganz kurz, ob er es gesaved hat. Und dann machen wir tatsächlich Feierabend für heute. Ich wollte sowieso spätestens 17 Uhr Feierabend machen. Das passt also sehr gut. Oh. Keine Ausrede mehr. Muss tatsächlich, äh, muss tatsächlich putzen. Ja, das hat alles gut funktioniert hier. Sehr schön. Nein, das ist, äh, wirklich... Das passt zeitlich gerade sehr, sehr gut. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich... Ja. Es ist schon so spät. Wir haben auch schon wieder sechs Stunden gestreamt. War gut heute. Sind auch gut, äh, haben auch tatsächlich ein paar Sachen geschafft, so. Was ich nicht gedacht hätte, ne? Das ist ja immer... Manchmal verliere ich mich ja so stark in Enderal, dass wir dann gefühlt gar nicht vorwärts kommen. Aber diesmal... Alles gut. Alles, alles gut. Wie kann ich hier gar nicht mehr... Ach, da. Da geht das jetzt. Ja, Hauptsache. So, und für den Rest-Tillichen... Wo hundervollen Tag schicke ich euch zumindest. Der spielt nämlich Anu. Ja, da schicke ich euch hin. Und da wünsche ich euch ganz viel Spaß. Habt noch einen tollen Montag. Wir sehen uns morgen wieder. Ähm. In aller Frische. Da freue ich mich schon drauf. Da werden wir dann auch Anum spielen. Yay. Denke ich zumindest, glaube ich. Und ich lasse mir dann meine Lasagne richtig, richtig schmecken. Aber richtig. Danke, dass ihr da wart. Und bis morgen. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Bye, bye. 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 Bye.